Halli Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega Opening hier auf diesem Kanal. Ja ich bin wieder am Stizzl wenn man so möchte und ich habe eine über 50.000 Euro Sammlung im Gepäck. Ja die liegt hier schon seit einer ganzen Weile rum. Zeittechnisch bin ich ja nie dazu gekommen das Video dazu zu machen. Jetzt nehme ich mir die Zeit und was uns in dieser Sammlung erwartet für das Geld, das erfahren wir nach dem Intro. Ja meine Freunde herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Bevor wir uns jetzt ins Opening stürzen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in recht großen Schritten auf die 3000 Abonnenten zugehen und und ich diesen Meilenstein gerne in nächster Zeit stemmen würde. Wenn ihr also neu auf diesem Kanal seid oder meine Videos schon seit längerem verfolgt ohne ein Abo dagelassen zu haben, ihr euch für informatives rund ums Thema Sammeln interessiert und gerne das seltenste und schönste das Yu-Gi-Oh zu bieten habt zu sehen bekommen wollt, so dürft ihr gerne ein kostenloses Abonnement da lassen. Das Ganze ist natürlich wie bereits gesagt vollkommen kostenfrei. Da hilft mir meiner Reichweite und euch immer auf dem neuesten Stand zu sein und wenn euch die Videos nicht mehr gefallen, könnt ihr natürlich jederzeit de-abonnieren. Ja meine Freunde, da es sich hierbei um eine äußerst umfangreiche Sammlung handelt und aufgrund des hohen Wertes vermutlich einiges an Zündstoff vorhanden ist, was Diskussionen auch unter Kritikern angeht, möchte ich das Ganze hier erstmal mit einem kleinen Vorwort beginnen. Ja, zunächst einmal möchte ich mich bei den neuen Abonnenten bedanken, die dazugekommen sind. Während meiner sechswöchigen Abwesenheit sind ungefähr 53 oder 54 Abonnenten dazugekommen. Witzigerweise, ich persönlich habe fast schon die Vermutung gehegt, hoppla, dass ihr mir abhaut, statt da zu bleiben. Auch vielen Dank an meine restlichen Abonnenten, dass ihr mir so die Treue gehalten habt. Sechs Wochen Abstinenz ist nämlich schon eine ganze Menge. Anderswo wären Leute vielleicht eher abgehauen und hätten de-abonniert. Ich bin jetzt aber wieder da. Ich hoffe, ich kann auch in nächster Zeit wieder häufiger Videos machen, aber das Video mache ich jetzt hier auf jeden Fall. Ähm, genau. Zunächst einmal, ich habe diese Sammlung vom lieben Rising Time. Das heißt, ich habe für diese Karten Händlerpreise bezahlt. Das ist schon mal der erste Punkt, der zu beachten ist, sollte es irgendwelche emsigen Abonnenten unter euch geben, die jetzt jede Karte nachrechnen wollen. Das heißt, natürlich habe ich etwas mehr für die einzelne Karte gezahlt, als natürlich den günstigsten Marktwert. Das ist natürlich vollkommen klar. Der gute Alex von Rising Time ist ein Händler und nicht mein Wohltäter. In dem Sinne, dementsprechend bezahle ich da auch ganz normale Preise. Ähm, ursprünglich habe ich ja eine 60k Sammlung angekündigt. Es sind jetzt bloß glaube ich 52 oder 53.000 Euro geworden. Das liegt daran, dass ich mir nicht Karten im Wert von 60.000 Euro ausgesucht habe, sondern ich habe gesagt, pack mir was für 60.000 Euro zusammen. Den Wert hat es halt nicht ganz erreicht, aber wir liegen dennoch auf YouTube auf Platz 1. Ganz vor Simply and Lucky, der hat ja auch eine 50.000 Euro Sammlung aufgemacht, wir sind aber 2.000, 3.000 Euro drüber. Dementsprechend darf ich diesen Platz jetzt wohl für mich beanspruchen. Zumindest ist mir das teuerste, oder ist das das mir teuerste bekannte Video, das es auf YouTube gibt, was Yu-Gi-Oh! angeht. Und, ähm, genau. Dazu sei noch zu sagen, es gab OVP-Sachen, die da dabei waren. Da habe ich aber 90% schon aufgemacht. Das ist noch ein kleiner Stapel an Tournament-Pack-Boostern hier, die gucken wir uns auch gleich an. Ähm, die sind noch geschlossen. Ansonsten habe ich alles, was dabei war, aufgemacht. Das waren, boah, ein riesen Sack voll Special Editions auf gut Deutsch und so weiter. Ein paar Einzelbooster, Strike of Neos und so weiter und so fort. War auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Die habe ich einfach aufgemacht aufgemacht, weil ich wollte auch, obwohl ich nicht so viel Zeit für Videos hatte oder gar keine Zeit für Videos hatte, wollte ich ein bisschen was mit Yu-Gi zu schaffen haben. Und da bin ich nicht ganz rausgekommen. Ich habe das halt einfach aufgemacht, mal für das Pack-Feeling und habe halt daraus mal kein Video gemacht. Ich denke mal, dass es auch verkraft war. Das heißt, der Teil fehlt schon mal. Und die Karten, die ich hier in der Hand halte, das sind Karten, die ähm, die älteren Abonnenten werden es wissen, nicht für die Videos gedacht sind. Die waren auch dabei, das sind auch, ich, also locker, boah, da ist einiges an Geld drin, sage ich mal. Ich glaube, die günstigste von denen geht es 200 Euro. Das sind auf jeden Fall Karten, die nicht in diesem Video zu sehen sein werden, weil sie in der Ausstellung vorbehalten sind. Das bedeutet, die werdet ihr nur sehen, wenn ihr auch tatsächlich auf die Ausstellung kommt. Das heißt, die fallen dann auch weg. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was da noch so an OVP-Stuff da ist, den wir dann in einem extra Video aufmachen werden. So, das ist das OVP-Zeug, das wir hier am Schlüssel haben. Ähm, oder zumindest das, was noch übrig ist. Daraus machen wir natürlich ein Video. Allerdings nicht aus allen diesen Boostern, denn hier sind auch, ähm, Tournament Pack 1 Booster dabei. Die sind allerdings auf Spanisch. Und damit kann ich bedauerlicherweise nichts anfangen. Das heißt, die werde ich tatsächlich weiterverkaufen. Ich zeig's jetzt aber trotzdem mal. Also wir werden ein Opening aus dem Tournament Pack 6 und dem Tournament Pack 4 Booster machen. Das sind dann insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tournament Pack 6 Booster. Und eins, zwei, drei, vier, fünf Tournament Pack 4 Booster. Also daraus werden wir ein kleines Opening machen. Vielleicht ziehen wir ja ein oder zwei Holos. Schön wär's. Dieser Teil hier wäre tatsächlich zur Abgabe. Ich weiß gar nicht, was so ein Tournament Pack 1 Booster auf Spanisch geht. Aber ich schätze mal, 20, 25 Euro würde da das Booster gehen. Die werden wahrscheinlich dann auf meinem Instagram Account, ähm, tatsächlich verkauft werden. Und, äh, ich kann gleich noch ankündigen, drei dieser Booster werden auch am Ende des Videos verlost werden. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr natürlich auch am Ende des Videos. So, das ist das ganze OVP-Zeug, das hier am Schlüssel ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, das wird ein relativ langes Video, was auch damit zusammenhängt, dass ich genauer auf einzelne Karten eingehen werde, auch die Zustände mal ein bisschen überprüfen werde. Ist schon eine Weile her, dass ich mir die Karten das letzte Mal angesehen habe. Und, ähm, genau. Wir kommen jetzt mal zu den Karten, die in dieser Sammlung enthalten waren. So, ich hab die Karten natürlich auch etwas, ähm, strukturiert, sag ich mal. Wie genau, werdet ihr dann sehen. Das wird selbsterklärend sein. Ich hab auch einen großen Stapel an Karten, die tatsächlich nicht niemand waren. Ähm, die hab ich ausgesondert. Die schauen wir uns, denke ich mal, nicht an. Wir wollen die Kirche am Dorf lassen. Das Video wird auch so lange genug. Das hier sind jetzt tatsächlich alles Ghost Rears. 33 Stück müssten es, glaube ich, an der Zahl sein. Das sind halt die, die hier dabei waren. Und wir fangen an mit der wohl teuersten Ghost Rear, die hier dabei ist. Und das ist natürlich der Black Rose Dragon First Edition aus Crossroad of Chaos. Die war ursprünglich gegradet, BGS gegradet. Mein Gott, war das ein Theater, die da rauszukriegen. Denn ihr müsst wissen, beim BGS sind die Karten innerhalb der Plastikbox nochmal in so einer Hülle. Aber nicht wie bei PSA oder so einfach nur reingelegt, sondern die Hülle ist dann nochmal zugeschweißt. Und zwar nicht mit so einem Abstand oder so zur Karte, sondern oben wirklich auf Kante geschweißt. Es ist keine Chance, die da oben aufzumachen. Und unten war vielleicht ein Millimeter Platz. Ja, also hätte ich da, wäre ich dann nur einmal abgerutscht mit meinem Skalpell, mit dem ich das aufgemacht habe, dann wäre die ganze Karte im Arsch gewesen, auf gut Deutsch. Aber ich habe ein kühles Köpfchen bewahrt, eine ruhige Hand bewiesen. Und jetzt haben wir die Karte hier. Ja, ich weiß, es ist an und für sich eine Wertminderung, was ich da gemacht habe. Aus finanzieller Sicht dumm, aber ich sammle halt einfach keine gegradeten Karten. Ich will keine gegradeten Karten. Ich stecke die bei mir in den Magnethalter rein und gut ist. Ja, das ist auf jeden Fall die First Edition. Es waren insgesamt noch drei weitere dabei. Die waren aber alle Unlimited und Englisch. Die ist ja Deutsch und First. Das sind dann die drei hier an der Stelle. Ich lege das Ding hier mal zur Seite und wir schauen uns die einzelnen Exemplare mal an. Das ist bei so einem Video natürlich wichtig, vor allen Dingen bei so einem Preis. Auch hier hervorragend von der Condition her. Ihr seht, das Bild hat keinerlei Kratzer. So eine englische, also ich muss sagen, so einen wirklich seriösen Preis oder einen seriösen Wert kann ich aktuell gar nicht von mir geben. Ich muss mich mal wieder informieren. Denn ihr wisst ja, sechs Wochen lang hatte ich keine Zeit und konnte mich dementsprechend auch nicht wirklich auf dem neuesten Stand halten. Aber ich sag mal so vor diesen sechs Wochen, wo ich noch aktiv war, da ging glaube ich eine englische zwischen 150 und 200 Euro Unlimited. Wo die jetzt liegt keine Ahnung. Also die deutsche, die ging irgendwo bei 250 los oder so. Die englische war, ich glaube nochmal ein Huni oder zumindest nochmal 50 Euro günstiger. Die sind jetzt alle drei englisch an der Stelle. Genau. Sehr, sehr schön. Wirklich. Also der schwarze Rosendrache ist einer der ikonischsten Karten aus der Five Tees Zeit. Ist einfach eine unglaublich schöne Karte. Ja, dann haben wir hier den Sternenstaubdrachen Deutsch nicht First aus der Duelist Genesis. Den haben wir hier übrigens auch als Playset. Und bei dem sieht es schon ein bisschen anders aus, was den Preis angeht. Der ist nämlich auch an der Mitte wirklich extrem teuer. Da geht er glaube ich irgendwo bei 300 oder 350 Euro los. Zumindest ist das, wie bereits gesagt, mein veralteter Wert. Vielleicht ist es hier in letzter Zeit auch nochmal gestiegen oder gesunken. Das weiß ich nicht, da könnt ihr mich ja gerne mal in den Kommentaren informieren. Auf jeden Fall, laut meinen letzten Informationen haben wir hier mit den drei Karten auch schon wieder fast 1000 Euro beieinander. Sehr cool. Die First ist natürlich alleine schon bei 1000 Euro für ein Exemplar. Genau, ich glaube wir haben hier zwei Deutsche und einen Englischen am Schlüssel. Das dürfte jetzt der Englische sein. Ist aber glaube ich kein Ami-Print, ist ein normaler Englischer. Genau, also das ist natürlich auch eine extrem ikonische Karte. Ich glaube das ist auch die absolut teuerste Ghost Rare, die man sich überhaupt kaufen kann. Ich glaube auch die einzige, die vierstellig ist. Ich glaube der Black Rose First war auch zeitweise mal vierstellig. Aber er tendiert auch immer mal wieder so im hohen dreistelligen Bereich. Nichtsdestotrotz hat er den Stardust nicht eingeholt. Der Black Rose war tatsächlich auch mal die teuerste Ghost Rare, die es gab. Wurde dann aber tatsächlich auch vom Stardust rotzfrech überholt. Auch der Regenbogendrache war tatsächlich mal die teuerste Ghost. Der hat sich immer mit dem Black Rose Dragon ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Lag damals immer so im 250, 150 Euro Bereich. Also ist schon eine Weile her, wo eine 250 Euro Ghost die teuerste war. Wie ihr bereits mitbekommen habt. Aber naja, es war eine coole Zeit, sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier den Sternen-Schnuppendrachen. Zweimal, beide Male First aus Star-Strike Blast. Und wir wissen, Star-Strike Blast ist das seltenste 5D-Set, das es überhaupt gibt. Er hat auch nie ein Reprint bekommen. Es gibt keine Special Editions von dem Pack. Also gibt es diese Karten auch nur in First. Es gibt keine Unlimited Star-Strike Blast Karten. Nämlich kann diese hier nur First sein, ist ja vollkommen klar. Aber auch die dürfte mittlerweile... Also ich habe damals vor ein, zwei Monaten noch 70 Euro das Stück bezahlt. Die ist aber auch immens gestiegen. Ich glaube, wenn mich nicht alles irrt, dass die mittlerweile auch schon an der dreistelligen Marke kratzt. Ist auch eine extrem ikonische Karte. Und meiner Meinung nach ist das tatsächlich eine der seltensten Ghost Rears, die es überhaupt gibt. Denn, wir wissen, Star-Strike Blast ist ein Set, das ist zum einen nicht besonders häufig gekauft worden damals. Ich glaube, die Auflage war auch nicht besonders hoch. Ähnlich wie Toon Chaos halt. Und ja, Ghost Rears einem Case glaube ich war drinnen damals. Oder zwei im Case irgendwie so. Und dementsprechend ist das eine Karte, die halt wirklich vom Preis her richtig, richtig schön reinzwiebelt. Ist auch eine der etwas besseren Ghost Rears, die man so haben kann. Gibt natürlich auch noch günstigere, ist ja vollkommen klar. Dann haben wir den Standenfresser, dem auch zweimal. Einmal First, einmal Unlimited. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. War auch mal unglaublich teuer. Was war denn das nochmal? War das Judgment of the Light? J-O-T-L, Judgment of the Light könnte sein. Standenfresser gab es auch noch in Secret Rare, dann noch aus dem Megapack. Und auch in Ultimate Rare. Die Secret und die Ulti sind heute tatsächlich recht bezahlbar. Aber ja, natürlich die Ghost Rears, die geht ihre paar Euro. Die ist natürlich schon recht teuer. Vor allen Dingen halt auch als Erstauflage. Aber den Glanz, den die Karte früher mal gehabt hat und die Ikone, die sie damals dargestellt hat, die war ja mal recht spielbar. Die hat sie irgendwie verloren, habe ich das Gefühl. Auch bei Sammlern ist die nicht mehr so wirklich relevant. Früher war das anders, da wollte es irgendwie jeder haben. Auch die Sammler, das war eine der wenigen Karten, die trotz ihrer Moderne bei Sammlern sehr beliebt war. Mittlerweile verschwindet die immer mehr aus den Sammlungen. Immer mehr Leute sind auch bereit sie einfach abzugeben. Ja, verstehe ich nicht. Ich persönlich finde die Karte geil. So ein Monster, dass die Sonne verschlingt, das ist halt einfach richtig richtig sick. Also mega. Also ich finde die Karte einfach übertrieben fett. Und würde sie vermutlich auch nie hergeben. Und auch hier ist es so, die Condition ist einfach der absolute Oberhammer. Weiter geht's mit einer der Ghost Rears, die wir wohl am häufigsten sehen. Und zwar den Nablichtrotlachen Erzunterwäldler. Auch der ist nicht gerade billig. Ich glaube der geht irgendwo bei 70 Euro los, so um den Dreh. Sind übrigens hier zwei Stück, beide First Edition aus. Der Mention of Chaos. Der Mention of Chaos ist ein Set, das wie Starstrike Blast auch irgendwie recht geschichtsträchtig ist. Denn das ist das letzte Set, in dem es die Ghost Rears, so wie wir sie kennen, gab. Offensichtlich bekommen wir jetzt wieder die Ghost Rears zurück in dem neuen Duelist Pack. Allerdings bekommen wir sie in dem japanischen Ghost Rear, also in dem neuen Ghost Rear, was kein wirkliches Ghost Rear mehr ist. Ja, was ist das neue japanische Ghost Rear? Ich kann es euch mal kurz zeigen für alle, die das nicht wissen. Also so, so sieht jetzt Ghost Rear aus. Hat meiner Meinung nach absolut nichts mehr mit einer Ghost Rear zu tun. Aber so wird das wohl aussehen und so werden wir die vermutlich auch wieder zurückbekommen, wenn meine Informationen stimmen. Ich habe das nur mal so aufgeschnappt in der Gruppe, dass das angeblich auch bei uns jetzt so kommen soll. Konami hat damit also sein Versprechen, dass die Ghost Rear zurückkehren, wahrgemacht nur. Naja, wie halt, ne? Schade Marmelade. Aber trotzdem sieht die Rarität cool aus. Ist für mich halt einfach nur keine Ghost Rear. Genau, Dimension of Chaos war das letzte Set, in dem halt Ghost Rears geprintet wurden. Dementsprechend ist halt der Nablichtrotrache und Erzunterwälder die letzte Ghost Rear der alten Generation sozusagen. Eine unglaublich coole Karte, auch eine unglaublich coole Wahl. Aber irgendwie sieht man diese Ghost Rear richtig, richtig oft, als ob sie da tatsächlich noch die Pull Ratio erhöht hätten auf dem letzten Drücker. Als ob man da jetzt irgendwie zwei oder drei Stücke aus dem Case gezogen hätte. Jetzt nur rein als Hypothese. Es ist natürlich nur etwas, das mir so vorkommt. Ich denke mal, die Ratio wird sich damals nicht geändert haben. Aber das ist halt wirklich eine Karte. Also die sieht man am laufenden Band. Also wenn irgendjemand eine Synchro Ghost Rear hat, ist das in der Regel der Nablichtrotrache und Erzunterwälder. Also meiner persönlichen Erfahrung nach muss ich das halt einfach so. An der Stelle sagen. So, dann haben wir hier auch etwas, das wieder ziemlich selten ist. Und zwar der schwarz geflügelte Drache aus The Shining Darkness. Da haben wir auch ein Opening von zwei Displays gemacht, wo wir auf der Jagd nach dieser Ghost Rear waren. Das waren zwei Dizzys. Deutsch. Erste Auflage. Richtig, richtig geil. Ich verlinke euch das Video mal unten in der Videobeschreibung. Guckt mal, ob wir den gezogen haben. Vielleicht haben wir den gezogen. Wer weiß, ne? Die Leute, die es gesehen haben, wissen es ja. Der ist mittlerweile, glaube ich, auch im dreistelligen Bereich. Der war vor einer Weile noch bei 70 Euro First Edition. Ist jetzt aber, glaube ich, auch irgendwo bei 100 oder 110 oder irgendwie sowas um den Dreh. Ist auf jeden Fall auch eine sauschöne Karte. Ich persönlich finde nur, dass der Ghost Rear-Effekt irgendwie ein bisschen deplatziert ist bei der Karte. Denn das ist alles so wischiwaschi und verschwommen. Das einzige wirklich scharfe an dem Bild ist der Kopf. Alles andere wirkt irgendwie, als wäre der Drucker kaputt gewesen oder so. Also das ist wirklich, naja, belasten wir es mal dabei. Aber es ist auf jeden Fall dennoch eine schöne First Edition. Ich persönlich finde sie halt in Ultimate wäre wesentlich schöner. Da kann man alles besser erkennen. Ist vielleicht von der, ja, also an und für sich eine gute Wahl gewesen, weil es eine ikonische Karte ist. Aber vom Artwork her war es echt ein Griff ins Klo. Also das in dieser Rarität zu drucken. Dann ebenfalls als First Edition der Majestätische Rote Drache. Auch der liegt, glaube ich, irgendwo beim Huni oder so als First Edition. Erstaunlich, obwohl das eigentlich gar keine wirklich ikonische Karte ist. Also klar, sie ist schon cool. Viele kennen sie, aber das ist eigentlich in der Regel kein Must-Have. Außer halt bei diesen ganzen Rot-Drachensammlern, klar. Die kommt aus Absolute Power Force. Und auch hier ist es so, dass der Körper recht verschwommen ist, während der Kopf hier vorne recht gut geprintet wurde. Ist aber nicht ganz so schlimm wie bei dem schwarz geflügelten Drachen. Dennoch hätte man das vielleicht ein bisschen besser machen können. Ja, wobei so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Nee, da habe ich jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Naja, aber auch hier First Edition. Sehr schön, eine wunderschöne Karte. Bin echt froh, dass ich Sie hier auch in der Sammlung begrüßen darf. Jetzt kommen wir zu einer Ghost Rider, die tatsächlich noch recht bezahlbar ist. Die haben wir ja auch zweimal, einmal First, einmal Unlimited. Das ist der Gerümpel-Berserker aus Extreme Victory. Extreme Victory ist sozusagen das genaue Gegenteil von Starstrike Blast. Denn das ist das 5D-Set, das wahrscheinlich noch am meisten auf dem Markt ist. Auch als First Edition. Ein Kollege von mir hat sich erst 700 Packs davon gekauft. Richtig krass. Das hat auch die Ghost gezogen tatsächlich. Aber ich glaube, die waren Unlimited, wenn mich nicht alles täuscht. Und selbst die First Edition dieser Karte hier geht ungefähr 30 Euro. Also die Unlimited ist dann nochmal eine Ecke günstiger. Ich betone nochmal, das sind die Werte von vor sechs Wochen in etwa. Kann sein, dass sich hier einiges verändert hat. Aber ich denke mal nicht, dass die Karte jetzt irgendwie exponentiell in die Höhe geschossen sein wird. Wäre mir ein Rätsel, warum das so sein sollte. Aber auch das ist tatsächlich noch eine Ghost Rider älteren Generation. Wer diese Art von Print lieber hat. Mit dem etwas kleineren Bild. Mit dem First Edition noch hier unterm Bild. Ja, keine Ahnung woran das liegt. Wahrscheinlich einfach an der hohen Auflage, die die Packs hatten. Dass es da halt auch noch viel auf dem Markt gibt. Aber auch hier wirklich alles ohne Kratzer. Also wie bereits gesagt, meine Karten sind eigentlich in der Regel alle makellos, die bei mir in die Sammlung kommen. Deshalb brauche ich kein PSA. Und da ich sie ohnehin nicht verkaufen werde, brauche ich auch kein Verkaufsargument. So, dann kommen wir zum antiken Feendrachen. Den haben wir auch zweimal bedauerlicherweise beide Unlimited. Ich persönlich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie First sind. Weil ich habe so viele Unlimited. Also Unlimited habe ich von der wirklich haufenweise. Also First habe ich glaube ich nur drei oder vier. Unlimited habe ich allein schon zehn Stück oder so. Also das ist trotzdem tatsächlich eine teure Karte. Auch Unlimited bewegt sie sich glaube ich im dreistelligen Bereich. Genauen Preis weiß ich jetzt nicht. Auch eine der schönsten auserwählten Drachen muss man sagen. Einfach wegen der Farbe und wegen der ganzen Aufmachung. Sieht aus wie eine Fee. Wie so eine Kombination aus einem Fee und einem Drachen. Das ist halt schon recht makaber. Und vor allen Dingen ist das eine Karte, die natürlich auch rein optisch absolut im Kopf bleibt. Gar keine Frage. Aber als First Edition hätte sie mir tatsächlich noch ein bisschen eher getaugt. Ich wiederhole übrigens nochmal. Ich werde in letzter Zeit wieder häufig angeschrieben, ob ich irgendwas ankaufen wollen würde. Alles was ich derzeit ankaufen würde, muss ich leider ablehnen. Ich kaufe aktuell nur noch über Rising Time. Das bedeutet, wenn ihr eine Sammlung verkaufen wollt, weil ihr sie mir unbedingt zukommen lassen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, die Karten müssen unbedingt nach zu House of Cards auf die Ausstellung. Blablab. Gibt es ja oft. Dann müsst ihr diese Sammlung leider an Rising Time verkaufen. Der zahlt halt nur 65 Prozent des Marktpreises. Das ist halt so. Und der leitet sie dann weiter an mich. Sinn dahinter ist jetzt nicht um großartig Geld zu sparen. Ich persönlich zahle dabei wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, als wenn ich sie direkt bei euch kaufen würde. Sinn dahinter ist einfach, dass mein Geldstrom in eine Richtung fließt. So muss ich eine Überweisung pro Monat machen und nicht 50. Und das ist das, was ich hier quasi anstrebe mit dieser Aktion. Dann haben wir den majestätischen Sternendrachen aus Stardust Overdrive hieß das Set glaube ich. Gehört auch zu diesem Sternenstaub Thema. Klar haben wir glaube ich nur einen oder zwei sogar. Zwei majestätische Sternendrachen, aber ich glaube auch keine First. Das sind jetzt hier die ganzen Unlimited Steeds glaube ich kommen. Auch die ist in First Edition tatsächlich recht teuer. Wie viel die Unlimited geht weiß ich nicht, aber ich glaube die dürfte sich auch im mittleren bis leicht höheren zweistelligen Bereich bewegen. Dann haben wir einen Power Tool Dragon. Auch nur einer aus Raging Battle. Ghost Rare. Das ist übrigens eine Ghost die ich recht selten sehe. Ich sehe weder die Alti noch die Ghost recht häufig davon. Also die sind tatsächlich auch irgendwie recht rar gesät habe ich das Gefühl. Der ist jetzt auch englisch, aber ich glaube auch nicht American. Ich glaube der ist auch ganz normal in Euro Print. Ja finde ich cool. Werkzeug Drachen habe ich jetzt im Verhältnis zu anderen Ghost Rare's noch nicht so oft. Klar. Ein paar habe ich schon am Start, aber ja könnten mehr sein. Sagen wir es mal so. Könnten mehr sein. Sehr schön an der Stelle. Legen wir auch mal mit raus. Dann haben wir den Rote Drachen Erzunterwäldler im Angriffsmodus. Das ist witzigerweise eine Karte die wohl zu den etwas unbekannteren Ghost Rare's gehört habe ich das Gefühl. Ich kriege nicht selten zu hören. Was die Karte gibt das Ghost Rare? Wusste ich gar nicht. Es gibt sogar Leute die gar nicht wissen, dass es die Karte überhaupt gibt. Und das obwohl sie schon recht lange bei Yugi dabei sind. Ich frage mich wie das funktioniert. Also so in diesen ganzen WhatsApp Gruppen etc. Wo ich bin habe ich das schon das öftere mitbekommen. Dementsprechend finde ich das doch tatsächlich recht verwunderlich. Ist aber auch eine wirklich wirklich schöne Karte muss man schon sagen. Also ein absoluter Hingucker. Und ich muss sagen das ist was den 3D Effekt angeht tatsächlich die beste Karte überhaupt. Weil diese Kralle hier vorne. Diese Klaue. Die wirkt halt wirklich so als würde sie aus dem Bild raus kommen. Also wenn man so davor sitzt du hast wirklich das Gefühl dass sie aus dem Bild raus kommt. Also das ist halt richtig richtig sick. Die wohl beste Wahl die Konami jemals in Bezug auf eine Ghost Rare getroffen hat. Was die Rarität angeht. Also wirklich sehr sehr cool. Auch das ganze. Die ganze Aufmachung der Karte ist halt richtig richtig badass. Aber ich glaube das ist tatsächlich die einzige Effekt Monster Karte die hier dabei war als Ghost Rare. Alles andere war so in Richtung hier Synchro und Xizu oder sowas. Dann haben wir den Draco Equatana Drachenritter. Den haben wir hier zweimal. Hier wieder einmal als First Edition und einmal als Unlimited. Ich glaube die Unlimited ging irgendwas mit 45 Euro oder so. Und die First keine Ahnung die wird vermutlich noch ein Ticken teurer gewesen sein. Aber auch hier absolut keine Beschädigung. Es ist wundervoll. Es ist einfach nur wundervoll. Diese Condition. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich den Draco Equatana Drachenritter ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich sehen kann. Jetzt nicht unbedingt als Ghost. Aber ich habe so viele in Secret Rare aus den Tints von denen. Ich habe hier wahrscheinlich immer noch 30 oder 40 OVP Promopacks davon. Ich habe locker 100 oder 200 von der Secret. Ich habe die mal vom lieben Erik mehrfach sozusagen geschenkt bekommen. Sehr cool an der Stelle. Dann haben wir, und das finde ich auch besonders cool, einen Regenbogen Neos. Trifft sich sehr gut. Ich musste nämlich vor einer Weile mal einen aus meiner Sammlung raussortieren. Der ist mir nämlich durchgeschlüpft bei der Qualitätskontrolle. Da hatte ich eine richtig abgeranzt in meiner offiziellen Sammlung drin. Die war sogar schon eine Magnethalter. Ich habe mich gefragt, wie habe ich sie da reingekommen. Ich gucke mir normalerweise jede Karte, die ich bekomme, penibelst genauer an. Ich muss da betrunken gewesen sein. Ich muss da irgendwie drei Flaschen Lambrusco hinter den Kiemen gehabt haben, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Die war ja komplett abgeranzt. Die hätte ich dann verkauft für 40 Euro oder so. Aber die hier ist natürlich hier Niermint bis Mint in einem hervorragenden Zustand. War witzigerweise auch eine Unlimited, die ich damals aussortiert habe. Dementsprechend ist das schon okay. Wäre das jetzt eine First gewesen, die ich rausgehauen habe, hätte ich das nicht wirklich als Ersatz empfunden. Aber in dem Fall geht das schon klar. Dementsprechend hier nochmal eine Ghost Rare. Eine Fusionskarte meine ich, Herrgott sagt. Dann haben wir hier den Stellanite Delteros aus Duelist Alliance. Ebenfalls First Edition braucht man glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Der gehört dann schon eher zu den moderneren Karten, die damals rausgekommen sind. Genau, die hat tatsächlich einen kleinen Haarkratzer auf dem Bild. Aber auch das ist noch okay. Es ist wirklich nur ein Haarkratzer. Mehr ist da nicht. Das erkennt man auch eigentlich nur, wenn man wirklich davor sitzt. Ich finde halt nur diese Produktionsschlieren bei der Karte ein bisschen störend. Das sind tatsächlich keine Kratzer in dem Sinne, sondern es kommt halt einfach von der Produktion. So wie es damals auch bei den Ultimate Rares von Rise of Destiny und so weiter war. Naja, trotzdem ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch eher meine Privatsammlung. Da muss ich noch schauen, aber behalten werde ich sie auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch zweimal den himmlischen Drachenritter Felgrant. Tatsächlich auch eine wunderschöne Ghost-Rare. Ich liebe die Secret-Rare-Version von der Karte. Die sieht in Secret-Rare sowas von schön aus. Und auch die Ultimate-Rare gefällt mir sehr gut. Die sind beide Unlimited. Kommen aus Shadow Specters. Da habe ich damals auch ein Display aufgemacht. Das Video gibt es allerdings nicht mehr auf dem Kanal. Das war noch vor dem Kanal Reset. Oder gibt es die? Gibt es das Video? Ich glaube nicht. Das Video gibt es nicht mehr. Nein, nein, nein. Genau. Und die hat oben Eselsohre, sehe ich gerade. Die muss ich aussortieren. Schade Marmelade. Aber die ist okay. Ja, die müsste okay sein. Und das Display habe ich mir damals gekauft, um diesen Drach-Lugon oder wie der heißt zu ziehen. In Ultimate-Rare wollte ich den haben. Habe mir dann nur einen Super-Rare gezogen. Einen Tag später gehe ich in Müllermarkt, kaufe mir einen. Wo ist da bumm, war ein Ultimate-Rare drin. Hätte ich mir das ganze Display sparen können. Dann haben wir Bujinki Amaterasu und zwar viermal an der Zahl. Einmal Unlimited, dreimal First Edition. Auch hier ist es natürlich so, dass Bujinki Amaterasu wohl eine der wohl unbeliebtesten Karten überhaupt ist. In der Richtung, also die Secret-Rare, die geht nur ein paar Cent auch als First Edition. Die Ultimate-Rare geht auch nicht besonders viel. Und ja, natürlich die Ghost-Rare, die geht schon was. Aber im Verhältnis zu anderen Ghost-Rares ist der Preis auch absolut verschwindend gering. Die Zustände natürlich absolut hervorglänzend. Bujinki ist natürlich auch so ein Thema, das muss man mögen optisch. Ich persönlich finde Bujinki eigentlich ganz okay. Aber es gibt auch viele, die das nicht mögen. Das ist aber wirklich so eine Karte. Ja, must have halt natürlich, wenn man Ghost-Rares sammelt, wenn man alle voll haben möchte. Ist auch eine Karte, die immer wieder gesucht wird. Das gilt eigentlich für jede Ghost-Rare ein bisschen. Weil es gibt ja viele Sammler, die wollen alle Ghost-Rares am Schlüssel haben, wollen alle Ghost-Rares zusammensammeln. Das tut sich jetzt übrigens auch mit den Collectors-Rares auf. Gibt es auch einige, die alle zusammensammeln wollen, die halt so rauskommen. Wird auch ein recht teures Unterfangen. Collectors-Rares erwarten uns in dieser Sammlung übrigens auch. Ich glaube fünf oder sechs Stück. Und damit wären wir am Ende der Ghost-Rares sozusagen. Und wir gucken uns jetzt die Ultimate-Rares an, die da dabei waren. Ja, die Ultimate-Rares bilden wohl den Löwen-Anteil der Sammlung. Ich würde sagen, so 80% der kompletten Collections sind nur Ultimate-Rares aufgeteilt in zwei verschiedene Rubriken. Oder eigentlich in drei verschiedene Rubriken. Nämlich einmal die Booster-Ultimate-Rares aus regulären Hauptsets. Einmal dann eben diese hier, also Astral-Pack, Otis-Tournament-Pack, Turbo-Pack etc. Ultimate-Rares, also quasi Altis aus Sondersets. Und zum Schluss noch die Collectors-Rares. Die habe ich mit zu den Altis gezogen, weil die halt einfach irgendwie doch ein bisschen dazugehören. Die Collectors-Rares schauen wir uns aber dann wirklich ganz am Schluss an. Ja, wir legen jetzt los mit dem ersten Teil. Das sind die Ultimate-Rares aus Sondersets wie Astral-Pack, Otis-Tournament-Pack, Turbo-Pack etc. PPA. Und da haben wir zunächst mal Maxi, die aktuell teuerste Altis auf dem Markt. Die erste hier ist italienisch. Wir haben insgesamt fünf Stück an der Zahl. Oder ne, doch fünf, genau. Die wollen wir uns natürlich auch anschauen. Selbst die italienische hier will ich behalten, die gebe ich nicht ab. Die kommt in meine Privatsammlung. Denn in meiner kleinen Privatsammlung habe ich noch kein Maxi in Ultimate-Rare. Vor sechs Wochen ging die Karte noch, zumindest auf Deutsch glaube ich, um die 400 Euro. Also das ist schon wirklich ein ziemlich teures Stück, sage ich mal. Speziell wenn man bedenkt, dass die Karte, ich glaube, momentan gar nicht spielbar ist. Oder ist die wieder erlaubt worden? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber auch, also sie war auf jeden Fall verboten und selbst da war sie relativ teuer. Die Karte ist halt einfach tatsächlich etwas, das trotz ihrer in Anführungszeichen Moderne schon den Kultstatus erreicht hat. Wenn man so möchte. Auch die hier absolut top. Die sind jetzt Deutsch, die restlichen. Sehr schön. Also die Karte hat tatsächlich einen absoluten Kultstatus. Das ist unglaublich. Unglaublich. Es gibt ja mehrere Ableger dieser Karte. Es gibt ja dann noch fliegendes C und so weiter. Aber nichts kommt an diese Karte ran. Auch die Secret Rare der Karte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht aus welchem Set das Original stammt. Aber auch die Secret Rare Variante, also das Original, ist gar nicht mal so billig. Natürlich nichts im Vergleich zu der Ultimate Rare hier. Das hier oben zum Beispiel ist etwas ziemlich witziges. Das ist keine Beschädigung, sondern das ist offensichtlich ein Printfehler. Hier ist offensichtlich einfach nicht genügend Farbe aufgedruckt worden. Soll mich also dementsprechend an der Stelle nicht stören. Was mich übrigens wundert oder was mir aufgefallen ist, dass häufig ein gewisser Druckfehler bei diesen OTS und AP Altis zu sehen ist. Und zwar, dass die Ränder so kupferfarbene Flecken haben. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Also ich weiß nicht woher das kommt oder warum das so ist, aber das haben einige der Altis auch hier in der Sammlung. Das heißt, wir werden natürlich auch welche sehen, die das haben. Und ja, also fünf Stück an der Zahl. Da haben wir hier ja schon mal so unsere ersten 2000 Euro beisammen. Die 400 Euro, die das Stück wert hat, ist übrigens auch nur der günstigste Preis von Privatanbietern. Vollkommen klar. Dann geht's weiter mit dem Austauschfrosch. Auch hier wurden wir fleißig bedient. Ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt insgesamt von der halbe, aber locker 20 oder so. Wir haben ja da mal ein schönes Opening gemacht von einem OTS Tournament Pack 3. War ein riesen Opening. Wenn ich dran denke, packe ich auch das in die Videobeschreibung. Haben wir auch richtig richtig krank gezogen. Da haben wir glaube ich zwei Playsets am Schlüssel. Also sechs Stück müssten es sein. Ja genau. Sechs mal der Austauschfrosch. Das letzte, was ich nachgesehen habe, ging der so zwischen 90 und 100 Euro das Stück. Ist also nicht von schlechten Eltern, was seinen Wert angeht. Könnte definitiv schlechter sein. Auch eine sehr gesuchte Karte. Scheint wohl immer noch recht spielstark zu sein. Auch eine Karte, die eine gewisse Ikonie hat mittlerweile. Also die eine gewisse Ikone darstellt. Hier sehen wir zum Beispiel einen dieser Kupferflecken. Das ist einfach vom Print her so. Ich weiß nicht woran das liegt. Da muss wohl irgendwas beim Druck schief gelaufen sein. Das war glaube ich eine Kammen aus Stardust Overdrive. Müsste das doch gewesen sein, oder? Also es war auf jeden Fall eine Kammen aus. Ich glaube es war Stardust Overdrive, wenn mich nicht alles täuscht. War auf jeden Fall auch als Kammen mal eine ganze Weile lang so ein 5 Euro Ding. Hatte die einen Reprint? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube das ist der einzige Reprint, den die Karte dann im Endeffekt hatte. Als Ultimate Rare. Ging eine ganze Weile lang so um die 70 Euro. Ich glaube damals in dem Opening. Kann ich ja trotzdem schon mal spoilern. Wir haben natürlich was gezogen in der Richtung. Als ich das Opening vom OTS Standard Pack 3 gemacht habe. Da war das glaube ich noch bei 70 Euro das Stück in etwa. Ist dann also dann doch ganz schön in die Höhe gegangen. Und ist natürlich auch eine absolute Augenweide. Allein schon das Farbspiel aus dem Gelb, dem Rot und dem Blau. Das sind schöne Kontraste, die gut miteinander harmonieren. Speziell Rot und Blau sind ja Kontraste, die meiner Meinung nach immer recht gut funktionieren. Und auch Rot und Gelb funktioniert recht gut. Deswegen finde ich ist das echt eine sehr sehr schöne und gut gelungene Karte. Auch mit einem sehr sehr schönen Ultimate Rare Print. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Dann haben wir hier das feierliche Urteil. Auch cool aus dem OTS Tournament Pack 12. Da muss ich sagen, finde ich den Ultimate Rare Print auch extrem geil. Also ohne Witz. Das ist ein Reprint, den ich wirklich am feiern bin. Also ihr wisst, normalerweise bin ich kein Freund von Reprints. Wir haben übrigens, ich glaube vier Stück genau. Also normalerweise mag ich keine Reprints. Aber die Ausnahme bilden eigentlich immer diese OTS Tournament Packs. Weil die Karten dann doch immer recht wertig und doch selten sind. Und sie haben in der Regel auch keinen Einfluss wertmindernder Natur auf das Original. Da diese Reprints in der Regel noch seltener sind als das Original selbst. Also die sind meines Wissens nach als Ultimate Rare auch glaube ich teurer als jetzt zum Beispiel ein MRD First oder so. Wobei ich jetzt aktuell gar nicht weiß, was die so geht. Ich glaube vor sechs Wochen musste die auch irgendwo bei 50 bis 70 Euro gelegen haben das Stück. Wie das jetzt ist, keine Ahnung, ihr wisst ja, der Markt, der verändert sich ja eigentlich fast schon täglich. Was ich halt wirklich traurig finde, aufgrund meiner Abstinenz ist halt, also aufgrund meiner Abwesenheit meine ich natürlich, ist halt, dass ich wirklich so viel verpasst habe. Ohne Witz. Ich hatte einfach keine Zeit und ich habe so schöne Sets verpasst. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Wir haben hier jetzt noch den feierlichen Schlag aus dem OTS Tournament Pack 4. Das ist eine Karte, die mittlerweile über 100 Euro geht. Ich glaube irgendwo bei 110 Euro oder so liegt da das Stück. Wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir hier auch fünf Stück an der Zahl. Auch sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Die gibt es aber relativ häufig, habe ich das Gefühl. Also die sieht man tatsächlich extrem oft und die wird auch in Openings recht häufig gezogen. Also scheint wohl eine von den etwas weniger seltenen OTS Altis zu sein. Dennoch ein immenser Wert und natürlich recht ikonisch, da sie ja auch mit dem feierlichen Urteil zu tun hat. Das ist natürlich wieder so ein Boost, so ein Oldschool Boost, den die Karte dadurch bekommt. Obwohl sie eigentlich recht modern ist. Ich glaube 2016 oder so kam die raus. In, boah, keine Ahnung. I don't know. Jedenfalls finde ich es halt echt schade, dass ich so viel verpasst habe. Ich habe verpasst die Legendary Duelists Season 1 komplett. Ich habe nicht eine Karte aus dem Set. Ich habe nicht eine Karte aus dem Set. Ich habe verpasst hier Armageddon. Dieses hier. Na, sag. Ah. Ich weiß nicht mehr wie es heißt. Battles of Legends heißt es glaube ich genau. Armageddon. Da gab es diese Starlight Rests. Die sind 10.000. Ich will den unbedingt haben. Ähm. Ich habe auch keine Karte aus dem Set. Dasselbe gilt auch für, äh, hier Power of the Duelist. Ähm. Oder Rise of the Duelist. Rise of the Duelist. Heißt. Wobei ich da jetzt 80 Booster bekomme demnächst für 120 Euro. Das denke ich mal ein ganz guter Preis. Äh. Wird morgen überwiesen. Da wird es aber kein Opening zu geben. Das mache ich Offcam auf. Das gönne ich mir. So als kleinen Wiedereinstiegsbonus, wenn man denn so möchte. Auch hier die Conditions sind halt wirklich gut. Also wie gesagt. Ich habe ja schon mal aussortiert. Ich gucke sie mir hier einfach nochmal an. Wir haben ja vorher bei der Ghost Rege gesehen. Dass einer von diesen, ähm, Exceed Monstern oben ein Eselsohr hatte. Das ist mir zum Beispiel da durch die Lappen gegangen. Deswegen gucke ich mir das gerne auch öfter an. Einfach um sicher zu gehen, dass nur absolut Mint Karten in meine Sammlung aufgenommen werden. Ab und zu missglückt mir das Ganze ein bisschen. Und, ähm, da schleicht sich was ein. Aber das passiert wirklich selten. Dann haben wir hier den zweiten Stapel. Da geht es direkt weiter mit dem Zwillings Twister. Der ging glaube ich irgendwas mit 70 Euro vor ein paar Wochen noch. Da haben wir hier auch, äh, fünf Stück an der Zahl. Auch eine, äh, beachtliche Menge. Auch ein immenser Wert. Ich weise nochmal drauf hin. Die Werte, die ich hier nenne, sind nicht nur veraltet. Sondern beziehen sich auch auf die günstigsten Privatanbieter. Das heißt, wenn man jetzt hier von Händlerpreisen ausgeht, darf man bestimmt pro Karte nochmal einen Zehner oben drauf rechnen. Ist, äh, hat was von, ähm, dem mystischen Raumtaifun oder dem Staubtornado. Oder sowas in der Richtung. Ich finde solche Karten auch immer recht cool. Weil man da immer so schöne Details sieht. Äh, wie zum Beispiel hier, äh, Magical Heads. Oder auch hier diese eine, dieses Fernrohr. Das ist ja auch so eine Karte aus LOB oder so gewesen. Äh, richtig cool, dass da immer mal so ein paar Referenzen gezogen werden, wenn man so will. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich denke, ich lege das mal so hin. Also das finde ich halt einfach mega, mega schön. Und in Ultimate Rare sieht die Karte halt auch echt fett aus. Ist, glaube ich, äh, original. War das eine Super Rare? Oder eine Common? Keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur eine Rare. I don't know. Aber die Conditions auch alle absolut top. Also ich muss sagen, ich bin mit der Sammlung wirklich, wirklich total zufrieden. Und das katapultiert mich halt, also ungefähr um, ja, ein Jahr nach vorne. Also das ist so Stuff, also von der, von der Qualität. Ich hole mir ja natürlich auch noch günstigere Sachen ran. Aber so von der, von der, von der, von der Qualität, von der Seltenheit her der Karten, ist das so das, was ich mir normalerweise in einem Jahr so aneignen etwa. Also so den richtig teuren Käse, wenn man so möchte. Ja, mega cool. Dann machen wir weiter mit dem mystischen Raumtaifun. Ja, wer kennt die Karte nicht? Kam damals raus in Magic Ruler, in Ultra Rare. Die ist jetzt aus dem OTS Tournament Pack 8. Da haben wir auch vier Stück an der Zahl. Und das ist natürlich eine Karte, die halt wirklich ikonisch ist. Also die Karte kennt jeder. War lange Zeit Staple. War in jedem Deck. War eine unverzichtbare Karte eigentlich in dem Sinne. Gibt es auch tatsächlich als Gold Ghost Rare. Der ist glaube ich auch dementsprechend dann die einzige Zauberkarte, die es überhaupt als Ghost gibt. Normalerweise sind das ja immer Monster. Abgesehen von zwei Karten. Die eine ist ja feierliches Urteil. Das ist eine Fallenkarte. Und die andere ist eben hier der MST. Aber darum geht es nicht. Heute geht es ja hier um die Ultimate Rare. Auch hier haben wir hier unten wieder dieses kupferfarbene. Ich weiß nicht woher das kommt. Ich weiß nicht warum es da solche Print Fehler gibt. Aber die sind nicht selten. Definitiv nicht. Also nur um da irgendwelchen Fragen vorzubeugen. Okay, dann haben wir hier Beschwören aus dem OTS Tournament Pack 6. Auch da gibt es ein Opening auf meinem Kanal. Auch das werde ich, wenn ich dran denke, verlinken. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück an der Zahl. Damals, während ich mein Opening gemacht habe, ging da so eine noch 20 Euro. Ich glaube, die ist aber auch mittlerweile auf 50 oder 60 Euro hochgegangen. Wie viel die jetzt allerdings aktuell geht, kann ich euch auch nicht sagen. Ich werde jetzt mal an der Stelle davon absehen, hier weitere Karten rauszulegen. Ah doch, wobei hier auf die Mitte kann man noch ein paar legen. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Erinnert so ein bisschen an das Monster Tor, falls ihr die Karte kennt. Auch eine alte Karte aus Dual Monsters Zeiten. Da ist das vielleicht optisch so ein bisschen dran angelehnt. Die hat ja auch letztens, also das Monster Tor hat ja auch letztens, glaube ich, einen Reprint in Super Rare bekommen, in irgendeinem Nebenset. Da wurde die so ein bisschen als random super gespammt, wenn man so möchte. Ist aber auch eine coole Karte. Bei Monster Tor kam, glaube ich, Gaga Gigo, Gaga Gigo oder wie der Typ hieß raus. Oder Giga Gaga Gigo, irgendwie sowas. Die haben ja damals schon komische Namen gehabt. Sozusagen das Old-School-Ga-Ga-Ga-Thema, wenn man so will. Genau. Also Beschwören ist wirklich eine saucool Karte von Opticare. Also wirklich eine der schönsten Zauberkarten, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind. Dann haben wir hier Brillante Fusion. Die haben wir hier sechs Mal. Da waren insgesamt sieben dabei. Eine habe ich ausmustern müssen. Die hatte leider ein richtig krasses Eselsohr. Das weiß ich noch. Traurig, traurig. Die war mal recht teuer. Ich glaube, die gingen auch mal so 50, 60 oder 70 Euro das Stück. Da war sie recht spielbar. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, das war vor sechs Wochen noch eine 30 Euro Karte das Stück. So in etwa 30, 35 Euro. Wie das aktuell aussieht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Es ist halt ein Edelstein-Ritter-Support. Die gab es, glaube ich, auch ursprünglich als Super-Rare aus Hidden Arsenal 5. Wenn mich nicht alles täuscht, kann mich aber auch irren. Aber es war, glaube ich, auf jeden Fall in irgendeinem Hidden Arsenal drin. Definitiv. Das Edelstein-Thema ja. Das ist für mich auch ein bisschen nostalgisch. Weil ich bin ja mit Hidden Arsenal 5. Das war so eins der ersten Sets, mit denen ich quasi wieder eingestiegen bin. In diese ganze Yu-Gi-Oh! Szene damals. Und wir machen auch direkt weiter mit dem dritten Stapel. Also es reißt nicht ab. Wir haben noch jede Menge Karten. Wirklich jede Menge Karten in der Richtung. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Himmelsjäger-Ass-Stuff. Das sind alles Himmelsjäger-Ass-Karten. Dann haben wir hier ein Playset. Kagari. Englischsprachige Leute finden den Namen der deutschen Karten ja immer recht lustig. Weil Ass bei denen als Ass, also Arsch gelesen wird. Bei denen heißt die Karte dann dementsprechend Himmelsjäger-Arsch-Kagami. Schon klar, dass sie das dann witzig finden. Da gibt es ja auch diese eine Karte. Jubel, der ultimative Albtraum. In Japan hat auch diese Karte einen deutschen Namen. Und der lautet Das extremer Traurig-Drache. Oder Das extremer Traurig-Drachen. Noch in der Mehrzahl. Fand ich übel ulkig. Habe ich damals meine ersten zwei Stück geschenkt bekommen. Vom lieben Arnie. Das war damals mein OCG-Händler. Der hatte auch schon recht gute Preise. Allerdings war der auch noch wesentlich teurer als mein späterer OCG-Händler-Katastrophe. Der ja auch wieder mittlerweile aufgehört hat. Schade Marmelade. Das heißt, ich tue mich aktuell recht schwer Sachen aus dem OCG heranzukriegen. Ich kann hier und da mal mitbestellen. Jetzt haben wir hier Hayate. Hayate ist auch krass. Die ist glaube ich auch ziemlich gestiegen gewesen. Die war auch irgendwo bei 40, 50 Euro oder so. Dabei habe ich die ein paar Wochen vorher erst einmal gespendet bekommen. Da war sie noch auf 20 das Stück. Dann haben wir hier drei, vier, fünf Stück. Also fünf Kargari. Den haben wir uns ja schon angeguckt. Gucken wir mal hier. Also wie gesagt, eigentlich kann ich mir das Ganze hier sparen. Die Condition ist eigentlich wirklich überall absolut hervorragend. Das sind makellos die Karten. Also gehen wir mal hier so ein bisschen drüber. Wie sieht es denn hier aus? Eigentlich auch. Hat auch nichts. Also wirklich die Qualität ist auch wirklich super. Also ich muss sagen, es ist im Verhältnis zum Rest ganz, ganz wenig Ausschuss übrig geblieben. Es waren vielleicht 20 Karten, die nicht so optimal waren. Die eine oder andere Karte bedauere ich ein bisschen. Achja, hier haben wir jetzt Shizuko. Ich glaube, die ist noch ein Stückchen teurer gewesen. Da haben wir hier gleich sechs Stück an der Zahl. Also nochmal eine mehr. Ich muss sagen, ich finde übrigens diese Himmelsjäger Karten, die finde ich einfach mega mega nice. Also diese ganze Idee dahinter, so die Rey als Hauptfigur und dann eben um sie herum so Mecha Girls. Ich weiß nicht, mir gefällt das. Ich finde bloß die aktuelle Entwicklung optisch ein bisschen schwach. Jetzt haben wir ja nochmal so eine bekommen. Rose oder wie die hieß. Die sieht auch noch ganz gut aus. Aber so Sachen wie zum Beispiel in Dual Power rausgekommen sind hier irgendwie Zeke oder so. Das sieht für mich nicht mehr aus wie ein Himmelsjäger Assmonster. Die sieht für mich eher aus wie so eine Schattenpuppe ein bisschen. Da haben sie optisch tatsächlich richtig heftig ins Klo gegriffen. Schade eigentlich. Ich hätte es schön gefunden, wenn das Thema klein geblieben wäre. Vielleicht mit Support Zauberkarten. Die sehen ja auch sehr gut aus. Der Witwenanker zum Beispiel. Aber ja, das sollte wohl nicht sein. Ein paar schwarze Schafe gibt es ja wohl in jedem Thema. Dann haben wir hier noch keine. Ich glaube, das war noch eine der etwas moderneren und auch einer der letzten, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Aus dem OTS Tournament Pack 11. Und da haben wir hier auch 6 Stück an der Zahl. Ich sehe jetzt mal davon ab, mir die nochmal alle einzeln durch zu gucken. Aber ihr könnt natürlich hoffentlich verstehen, was ich das mache. Denn das ist natürlich ganz ganz wichtig bei so einer krassen und so einer teuren Sammlung, dass da auch die Qualität stimmt. So, dann kommen wir zum nächsten Stapel. Und hier haben wir dann den Einbildungsunterwäldler. Den haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal an der Zahl. Genau. Der Einbildungsunterwäldler hat tatsächlich schon in Cyber Dark Impact einen Ultimate Rare Print bekommen. Das ist also quasi ein Ultimate Rare Reprint, wenn man so möchte. Der Originale geht, glaube ich, 40, 50 Euro. Keine Ahnung, wie viel der hier geht. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Ist allerdings ganz interessant, beide zu sammeln. Denn der Originale hat natürlich noch keinen gestanzten Rand. Finde ich halt mega, mega cool. Mir gefällt sowas extrem gut. Und der Einbildungsunterwäldler ist natürlich auch eine absolut ikonische Karte. Ist ja so das Gegenstück zu diesem... Oh Gott, wie heißt er denn nochmal? Dieser andere... Dieser Lichtunterwäldler... Ah, ich hab seinen Namen vergessen. Ah Gott. Sechs Wochen nicht mehr am Stüssel und man vergisst die ganzen Namen. Ihr wisst, glaube ich, welche ich meine. Vanity's Ruler heißt er, glaube ich, auf Englisch. Also der Einbildungsherrscher oder so. Keine Ahnung. Aber auch der ist relativ teuer. Ich glaube, das First geht ja richtig in die Steilen aus Cyber Dark Impact. Also nicht der, sondern sein Gegenstück. Und auch optisch macht er natürlich einiges her. Ich muss sagen, ich finde halt wirklich dieses Design unglaublich gut. Auch hier diese ganze Kragenpartie mit diesem Silber und so. Also das oder mit diesem Grau. Gefällt mir wirklich unglaublich gut. Und auch hier ist die Qualität natürlich erst klassisch. Und ihr seht, also für das Geld habe ich wirklich, wirklich gut Sachen bekommen. Und wie gesagt, ihr seht noch gar nicht 100% von dem, was dabei ist. Vieles habe ich schon aufgemacht oder wird gar nicht gezeigt, was halt einfach nicht für den YouTube-Kanal gedacht ist, sondern halt eher für die Ausstellung. Dann haben wir hier noch viermal, glaube ich. Genau, viermal Utopia The Lightning. Das hier ist jetzt ein Army Print. Das sieht man. Denn amerikanische Ultimate Rears haben einen etwas schwächeren Print. Die Körnung des Gestanzten wirkt irgendwie ein bisschen kompakter. Nicht ganz so weitläufig, nicht ganz so grobkörnig. Klingt zwar auf den ersten Blick sogar besser. Ist es aber nicht. Denn das lässt das Ganze so ein bisschen vom Erscheinungsbild her schwächer und langweiliger aussehen. Ja, daneben haben wir natürlich hier den deutschen Print. Ich glaube, auf der Kamera kennt man das jetzt nicht so gut, wie wenn man selbst davor sitzt. Aber das sieht natürlich wesentlich besser aus. Auch Utopia The Blitz war tatsächlich eine extrem teure und sehr, sehr beliebte Ultimate Rears. Das hier rauskam im OTS Tournament Pack 4. Ich glaube, die ist im Preis auch wieder gefallen. Wie viel die aktuell geht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel die so vor sechs Wochen wert war. Und ob sich da was verändert hat. Dann haben wir hier den Dekodiersprecher. Den haben wir hier auch viermal an der Zahl. Das ist jetzt zum Beispiel so eine OTS Karte, die halt gar nichts geht. Die gibt glaube ich ein Zehner das Stück. Ist halt also voll worthless sozusagen. Dekodiersprecher war tatsächlich die allererste Link Monster Karte, die so rauskam. Die kam ja in diesem Starter Deck, das da damals rauskam zu dem Thema. Da war das die Front Karte, so die Boss Monster Karte. Ist ja auch recht stark im Anime vertreten. Ist ja zusammen mit dem Firewall Dragon glaube ich so ein bisschen die Ace Karte von dem Hauptdarsteller, von dem Protagonisten, das Name ich vergessen habe. Ich persönlich hoffe halt einfach, dass die Serie nochmal irgendwie von, keine Ahnung, Peppermint-Animes oder Schlag mich tot, halt auf Deutsch synchronisiert wird. Das wäre mir schon wichtig. Denn ich persönlich mag die japanische Sprache nicht. Ich kann ein Anime nicht auf Japanisch gucken. Ich finde das unerträglich, diese ganze Betonung und so weiter. Und auch die Stimmen gefallen mir gar nicht. Deswegen bin ich eher so, also wenn ich mir mal ein Anime anschaue, dann doch eher deutschsprachig. Ich bin übrigens gar nicht so wirklich der Anime-Fan gewesen. Ich habe eigentlich als Anime immer nur Yu-Gi-Oh! geguckt. Bin aber in letzter Zeit aufgrund der Tatsache, dass ich halt auf Netflix und auch auf anderen Streaming-Anbietern schon alles durchgeguckt habe, was mich interessiert, bin ich so ein bisschen auf Animes gekommen. Ich muss sagen, da gibt es wirklich sehr, sehr gute. Also Plastic Memories ist emotional zum Beispiel einer, der richtig pain in the ass ist. So, dann haben wir hier dreimal Galatea, der Orcus-Automat. War auch eine Super-Rare, glaube ich. Soul-Fusion war das, glaube ich. Eine Random-Super. Sehr cool, da habe ich auch schon neun Stück in den Magnethaltern. Also von der Super-Rare nochmal, keine Ahnung, 30 oder so hier. Sieht in Ultimate-Rare natürlich auch cool aus. Das Orcus-Thema gefällt mir sehr gut. Die kostet so 30 Euro, glaube ich, das Stück. Echt unglaublich cool gemacht. Auch ihr männliches Gegenstück hätte ich gerne mal in Ultimate-Rare gesehen. Aber wirklich mega, mega schön. Dieses Zusammenspiel aus so einem Androiden- und Musikinstrumenten. Ich finde das irgendwie mega cool. Das ist wirklich, das ist halt echt erste Sahne. Dann haben wir hier den Cosmic Cyclone aus dem Otis Tournament Pack 7. Da habe ich mir auch mal 20 Packs gekauft gehabt, zu meinem Geburtstag damals. Und da habe ich auch zwei Ultimate-Rares rausgezogen. Das war einmal der Herold des Orangenen Lichts und einmal eben der hier. Ich wollte eigentlich die Linkspinne haben, aber die war mir nicht vergönnt. Das ist jetzt, glaube ich, das ist ein Ami-Print wieder. Ami-Englisch erkennt man sofort. Und auch die war natürlich dreimal am Schlüssel. Wie viel die jetzt aktuell geht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich finde es halt schade, dass ich das Video erst jetzt machen kann. Hier noch dreimal Geschwindigkeits-Void-Terrorkreise. Ich persönlich muss sagen, ich finde es halt traurig, dass ich das Video erst jetzt machen kann. Ursprünglich war es ja so geplant, dass ich das wirklich out of the box mache, sozusagen. Also wirklich auch vor der Kamera auspacke. Allerdings ist es dann so gewesen, dass ich beim zweiten Paket was nachschauen musste, weil da sollte noch ein Blue-Eyes drin sein aus LOB First, aber der hatte dann doch einen Knick und einen Kratzer und doch nicht mitgekommen und bla und blub und hast du nicht gesehen. Dann ist auch ziemlich viel Zeit ins Land gegangen. Und dann habe ich dementsprechend natürlich das Ganze mal aufgemacht und mir angeschaut und dementsprechend dann vorsortiert. Und jetzt machen wir dieses Video halt doch eher in dem Stil. Das heißt, für mich sind keine Überraschungen mehr dabei. Hätte ich das vorher aufgenommen, wäre vielleicht die Emotion noch ein bisschen besser rübergekommen. Naja, die Emotion, die da halt hinter steckt, das ist jetzt in dem Fall nicht mehr gegeben. Das ist eigentlich so eine Art großes Recap, wenn man so möchte, aber es ist halt wirklich echt sahnig. Und wenn ich noch fünf Jahre hätte warten müssen, ich hätte dieses Video gebracht, weil sowas wird es so schnell nicht wieder geben in der Größenordnung. Dann Masudiak Schweifpeitsche. Das ist so eine OTS-Tournament-Pack-Karte, die kein Schwein haben will irgendwie. Die war schon immer unbeliebt. Kann mich nicht erinnern, dass die jemals viel wert war. Ich glaube 14, 15 Euro oder so. Ich glaube, jetzt müsste sie bei 20 liegen oder so. Haben wir hier halt fünfmal am Schlüssel. Ist aber meiner Meinung nach eine recht schöne Karte. Ich mag ja das Sudjek-Thema ganz gerne. Einfach von der Optik her halt. Ich weiß von den Spielern, da ist es halt hauptsächlich recht verhasst. Das ist denke ich mal so das, was man damit verbindet. Ähm. Und ich glaube, da gibt es auch so zwei Lager. Die einen sagen halt, ja, Sudjek voll übertrieben, voll OVP. Ne, voll OVP. Julian, super. Geil. Also, es gab halt einige, die behaupten so, ja, das sei halt voll OP dieses Thema. Immer andere sagen, ja, das sei noch richtig Skilled-Game gewesen. Wenn man dann Mirror-Matches gemacht hat und bla und blub, keine Ahnung. Das ist nichts, wo ich großartig durchsteige. Ich gebe nur gerade das wieder, was ich so ein bisschen aufgeschnappt habe. Hier haben wir jetzt den Herold des Orangenen Lichts aus dem OTS Tournament Pack 7, wie bereits gesagt. Den habe ich auch gezogen. Der hatte leider hier eine Beschädigung. Den konnte ich nicht behalten, was mich noch etwas trauriger gemacht hat. Auch den haben wir hier fünfmal am Schlüssel. Auch das ist eine sehr schöne Karte. Die Herold-Karten gefallen mir auch sehr gut. Und zwar aufgrund ihrer Farbenpracht. Die Monster an sich, so von ihrer Formgebung her, sind eher unscheinbar und schlicht. Abgesehen vom Herold der Vollkommenheit und dem des Violetten Lichts. Der gefällt mir auch ganz gut. Aber die Karten glänzen sehr stark durch ihre Farbgebung. Das sind wirklich sehr, sehr kräftige Farben. Es schillert richtig, es scheint, es ist unglaublich cool. Es gibt ja auch noch das grünen Licht und so weiter. Das sind wirklich Karten, die so ein bisschen durch ihre Farbgebung glänzen. Und dann vielleicht ihr recht schlichtes Design wieder wettmachen. Ist jetzt auch keine besonders teure Karte gewesen an der Stelle. Aber es ist halt einfach eine mega coole Karte. Und dann haben wir hier noch, und ja, das ist der ganze Stapel Trickster Lycoris. Also da haben wir unendlich viele. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück an der Zahl. Das heißt, davon habe ich jetzt ca. 40 Stück. Ich habe jetzt 40 Trickster Lycoris in Ultimate Rare. Eine davon geht, glaube ich, 15 Euro oder so. Also haben wir hier 30, 60, 90, ja, 120, 135 Euro. Und dann hat man zehn Stück davon. Wenn es noch bei 15 Euro liegt. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Das ist wieder ein recht veralteter Wert gewesen. So, jetzt kommen wir zum letzten Stapel der OTS Ultimate Rares. Bevor wir uns dann um die normalen Altis kümmern. Das sind jetzt so, ja, One-Offs, wenn man so möchte. Also die halt nur einmal dabei waren oder halt nur zweimal dabei waren. Da geht es los mit dem maskierten Held Darklaw. Der geht 150 Euro oder sowas. Also der ist richtig teuer. Ich finde hier den Ultimate Rare Print ein bisschen komisch wegen seinem Bein. Ja, das ist halt irgendwie seltsam umgesetzt und sieht äußerst komisch aus. Ich finde, der maskierte Held Darklaw sieht auch im Allgemeinen nicht besonders gut aus. Es ist ein sehr unscheinbar designtes Monster. Also er glänzt halt einfach nur durch seine Spielbarkeit und durch den Ultimate Rare Effekt. Aber ansonsten ist die Karte nichts Großartiges bedauerlicherweise. Da gibt es definitiv schönere Karten wie zum Beispiel den hier. Den Atlantischen Draguna aus dem Astral Pack 2. Der geht auch so um die 120, 125 Euro. Also auch kein billiger Spaß. Aber auch eine sehr schöne Karte ist, glaube ich, mit einer der teuersten OTS- bzw. Astral Pack Karten, die es so gibt. Natürlich gibt es da noch teurere. Maxi und so weiter. Aber er spielt auf jeden Fall schon in der Oberklasse mit. Das muss man ihm schon lassen. Dann haben wir einen Kauz und Schlossvogel. Ursprünglich hätte ich ja fast vier davon bekommen. Aber bedauerlicherweise wurden mir drei Stück vor der Nase weggeschnappt. Und zwar vom lieben Alex B. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Nein, dir sei es vergönnt. Das heißt, ich habe hier leider nur einen dabei. Ich hätte gerne mehr gehabt. Aber es sollte wohl nicht sein. Dann haben wir einen Atlantischen Marksman. Ich glaube Scharfschütze heißt das auf Deutsch. Da waren zwei dabei. Der zweite war aber, glaube ich, italienisch und total kaputt. Der war nicht mehr niemand. Aber der hier ist tatsächlich in einem recht schönen Zustand. Den nehme ich gerne mit. Wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die Karte überhaupt gibt. Ich muss mal meinen Bestand überprüfen. Ich habe nämlich stark das Gefühl, dass das mein erstes Exemplar ist. Und das wäre ja schon ein absolutes Trauerspiel bei einer halben Million Karten, die ich mittlerweile habe. Ähm, dementsprechend hoffe ich mal, dass ich bloß vergessen habe, dass ich die Karte besitze. Und zumindest ein Playset davon schon da habe. Dann haben wir hier noch einen Löwenzahn Löwe. Der ist, glaube ich, so im 30, 40 Euro Bereich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist aber auch cool natürlich. Wobei mich das immer so ein bisschen an Pokémon erinnert, das Ding. Ich weiß auch nicht. Dann haben wir einen Castiel. Ähm, der war auch mal bei 40 Euro oder so aus dem Astral Pack 7. Das ist, glaube ich, ein Ami-Print jetzt wieder gewesen. Genau. Also jetzt nicht unbedingt die schönste Art von Print, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, da wäre mir ein Deutscher lieber gewesen. Aber natürlich wird auch der in die Sammlung aufgenommen. Und auch das ist eine wunderschöne Karte. Ähm, der ging, glaube ich, 40 Euro damals oder so. Wie es mittlerweile aussieht, weiß ich nicht. Nummer 11. Großes Auge. Sehr, sehr cool. Astral Pack 6. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und zwar hatte ich damals einen Abonnenten, der mir die als Spende hat zukommen lassen. Ähm, eine der schönsten Astral Pack-Karten. Ich finde, ich liebe diese Karte. Big Eye ist wirklich mega nice. War auch damals recht spielstark und auch durch den Anime recht ikonisch. Sehr, sehr cool. Freut mich, dass wir auch die am Schlüssel haben. Dann haben wir die Teuflische Kette. Auch das ist eine Karte, die sehr geglänzt hat, spielerisch natürlich. Ähm, die ist ja, glaube ich, einmal dabei gewesen. Ähm, die ist mittlerweile aber wirklich... Also das ist eine absolut billig Ultimate Rare. Also da, äh, gibt es vieles, was wesentlich mehr wert ist. Ich glaube, die geht auch nur so 8 oder 10 Euro oder so. Will mittlerweile kein Schwein mehr haben. Das braucht man eine 40, 50 Euro Ultimate Rare. Aber ist halt einfach nichts, was spielerisch aktuell relevant ist, wie mir scheint. Aber ich denke mal, sammlungstechnisch wird die auch mal wieder relevant werden. Äh, so in 5 bis 10 Jahren. Da könnt ihr dann diesen Wert wieder erreichen. Dann haben wir das Spellbook of Power aus dem Astral Pack 2. War ja ursprünglich das Return of the Duelist in the coming gewesen. Ist also wirklich ein sehr immenser Upgrade, was die Rarität angeht. Aber sieht natürlich auch mega fett aus. Dann kommen wir zu den Karten, die zweimal dabei waren. Beziehungsweise dreimal. Und zwar haben wir hier den Geister-Ober- und Schneehase als Ultimate Rare. Der war dreimal dabei. Einmal hatte er hier oben aber eine böse, böse Kerbe. Ähm, was mich halt wirklich, äh, ja, unglücklich macht. Weil, boah, ich hätte gern 3 Stück gehabt, die wirklich so für meine Sammlung funktioniert hätten. Aber es sollte wohl nicht sein. Es sind halt nur 2 geworden, bedauerlicherweise. Aber was soll es, es ist trotzdem eine schöne Karte. Und auch die geht, glaube ich, so 80, 90 Euro. Ist also eine extrem teure. Ultimate Rare. Das gleiche gilt hier für den Turbos. Äh, ne, für den nicht Turbos. Sondern für die Fremdenführerin aus der Unterwelt in Ultimate Rare. Auch hier waren 3 Stück dabei. Eine war leider Gottes un-digitelt. Ähm, oben habe ich aber schon verkauft, die Karte für 100 Euro oder so. Ähm, haben wir hier noch 2 Stück. Äh, einmal hier tatsächlich die englische. Und einmal hier eine italienische. Auch die wird meine Privatsammlung zieren, sage ich mal. Weil auch die habe ich in meiner privaten Sammlung noch nicht in Ultimate Rare, sondern nur in Secret Rare. Ja, erstaunlich. Die Secret ginge mal 150 Euro, Leute, ne. Das waren noch Zeiten. Haha, die Zeiten haben wir jetzt ja wieder. Und zwar mit den ganzen Starlight Rares. So, dann haben wir hier den Elementar halt Stratos. Ähm, gibt es ja auch aus der Jump in Ultra Rare. Die Karte hat ja, nachdem sie rausgekommen ist, ganz schön für Furore gesorgt. Und wurde ja auch, ich glaube, allein 2 Wochen nach ihrem Release durch so eine Art Emergency Bandlist wieder verboten. In Ultimate Rare macht die natürlich einiges her. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir hier 2 Instant Fusions. Ähm, witzigerweise erinnert mich das auch an eine etwas traurige Geschichte. Und zwar hat mir ein Abonnent, der liebe Daniel. Daniel Schiffer. Wir kennen ihn ja alle aus älteren Videos. Der hat mir damals sehr, sehr teure Spenden zugesendet. Also wirklich so Sachen wie hier Topf der, äh, na sag, Topf der begierenden Secret Rare. Außer Dark Illusion, wo noch 70 Euro ging oder so. Keine Ahnung, hier 2-3 Stück oder so. Was voll krass. Und, äh, der hat mir 3 Stück von denen Ultimate Rare zugesendet als, ähm, Abospende. Und der Brief ist auf dem Weg verloren gegangen. Das heißt, ich hab die Karten bis heute nicht. Das ist halt schade um die Karten. Dann haben wir hier einen Dingirso. 2 Mal, der war eigentlich 3 Mal dabei. Ich finde aber den 3 nicht mehr. Ich hab den aber in meinem Ordner drin irgendwo. Ich weiß, es ist 100%ig, weil da hatte ich die Karten zwischengelagert. Aber irgendwie bin ich so blöd, den zu finden. Deshalb kann ich ihn jetzt hier nur 2 Mal zeigen. Auch das ist so eine 30 Euro Karte gewesen, glaube ich. Ähm, die ging ja schon allein in Ultra Rare. Ich glaube, auch Stark Neostar müsste das gewesen sein. Da ging die schon so um die 15 Euro. Ähm, auch eine sehr coole Karte. Ist halt wirklich so ein richtiges Orkust-Entgegner-Boss-Monster. So von der Optik her. Also sieht halt richtig badass aus. Gefällt mir auch mega cool. Ist ein schönes Artikel. Freut mich auch, dass die Karte letztendlich einen Ultimate Rare Print bekommen hat. Dasselbe gilt hier für die Linkspinne. Die ist auch 2 Mal dabei. Das ist die Karte, die ich eigentlich ziehen wollte. Die ging vor einer Weile noch einen knappen 10er. Äh, jetzt ist sie glaube ich bei 20 oder 30 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, oder zumindest vor 6 Wochen. Ich betone es gerne wieder. Äh, sieht halt einfach mega aus. Das war auch eine der ersten, ähm, Link-Monster-Karten, die da dabei waren. Dennoch, die war glaube ich als Super Rare in diesem, äh, Starter-Deck dabei. Dann haben wir Gaia Drache der Donnerangreifer. Waren ebenfalls 2 Stück mit am Schlüssel. Aus dem Astral-Pack 7. Ähm, die sieht teurer aus als sie ist. Ich glaube die dürfte auch so 15 Euro gehen. Ist also auch nichts großartiges. Ist halt die Gaia-Version in Xyz-Form. Es gibt ja so ziemlich für jede Beschwörungsart einen Gaia. Und das ist halt die Xyz-Variante. Finde ich ganz cool. Ist optisch sehr gut gelungen. Schönes Design, schön umgesetzt. Man erkennt sofort worum es geht. Finde ich mega cool. Wobei mein absoluter Lieblings-Gaia ist nicht mal der aus LOB, sondern die Link-Monster-Version. Also ich finde die Link-Version ist tatsächlich die schönste. Dann haben wir Fallengruben-Alptraum der Fallenstellerin. Die dürfte so 20 Euro gehen, glaube ich. Ähm, da fällt mir ein, ich muss dem lieben Julian noch ein Zwanni zurück überweisen. Ich habe dem nämlich was verkauft. Da war die hier mit dabei auf den Bildern. Aber die ist irgendwo nicht beim Angekommen. Ich finde sie auch nicht mehr. Ähm, gut, dass ich das gerade sehe. Sehr cool. Und dann haben wir hier noch zwei Sündenböcke aus dem Motors Tournament Pack 8. Die sind natürlich wichtig für das Scout-Format. Sind natürlich hier in Ultimate-Rare schwer gefragt dementsprechend. Und dürften auch einen nicht gerade niedrigen Wert erzielen. So, dann machen wir weiter mit den Booster-Ultimate-Rares, die hier dabei waren. Das waren auch nicht gerade wenige. War ein ziemlich enormer Stapel. Da sind auch einige sehr wertvolle Karten dabei. Und, äh, wir fangen auch gleich mal mit der ersten an. Wir haben hier nämlich einen geflügelten Kuribo aus The Lost Millennium. The Lost Millennium war ja die erste GX-Booster-Reihe, die es gab. Oder das erste GX-Booster. Das Set war dahingehend wirklich cool, dass halt auch noch ein bisschen Duel-Monster-Stuff drin war. Wie zum Beispiel Recheve oder wie der Gauner heißt, ne. Ähm, ihr wisst schon, welchen ich meine. Jedenfalls gab es da auch noch einige Karten, die in der Duel-Monster-Ära vertreten waren. Das war quasi so eine Art Fusion aus der alten und in Anführungszeichen damals eben neueren Zeit. Da haben wir dann nochmal einen. Der ist diesmal allerdings Englisch. Und so wie mir scheint, müsste der auch Ami-Englisch gewesen sein. Ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Karte. Der geflügelte Kuribo hat auch echt Kult-Status, war ja sozusagen der ewige Begleiter von Jaden, der mit dem kleinen geflügelten Kuribo in der Serie immer reden konnte. Und der ihn immer unterstützt hat. Dann haben wir hier den geflügelten Kuribo Level 10. Den haben wir hier als Playset. Bedauerlicherweise alle drei Unlimited. Unlimitierte Varianten der Karte habe ich mittlerweile wirklich tonnenweise. Ich habe auch relativ viele in First. Allerdings ist das ein bisschen von der Ausgewogenheit her ein bisschen schlecht. Also ich habe glaube ich 20 oder 30 Unlimitierte und nur 10 oder 11 in First. Mehr sind das leider nicht. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass da vielleicht einer zumindest in First bei gewesen wäre. Ist jetzt halt nicht der Fall. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich habe bloß gerne von First und Unlimited immer recht gleich viele da, wenn möglich. Ist aber auch trotzdem eine sehr sehr schöne Karte. Im Übrigen ist der Reprint der Karte vom Print her, also vom Ultimate Rare Effekt her besser gemacht als die Erstauflage tatsächlich. Wer vielleicht beide Varianten zu Hause hat, kann das tatsächlich mal vergleichen. Ich persönlich finde, dass die Prägung bei der Unlimitierten Variante wesentlich deutlicher ist. Dann haben wir hier ein paar Duelist Pack Kyber Ultimate Rares und zwar aus dem Reprint Set. Was ich wirklich sehr begrüße, denn aus dem Reprint Set habe ich noch kaum Duelist Pack Kyber Ultimate Rares. Ich habe eigentlich hauptsächlich die First Varianten. Dann haben wir hier nämlich zweimal den Chaos Imperator Drachen. Einmal den Ring of Destruction. Den haben wir tatsächlich noch ein zweites Mal dabei gehabt. Der war allerdings oben minimal beschädigt. Dementsprechend musste der aussortiert werden. Und dann noch einmal den Port of Greed. Beziehungsweise die drei Karten schauen wir uns jetzt ohnehin nochmal an. Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht die Erstauflage mit bei war. Oder zumindest nicht nur die Erstauflage. Wäre natürlich schön gewesen, wenn noch ein First mit bei gewesen wäre. Weil ich habe so viele in First von der, das ist einfach unglaublich. Ich habe locker zwölf Stück oder so mittlerweile in First. Aber bedauerlicherweise hatte ich nur eine in Unlimited. Und mit den zwei habe ich jetzt zumindest das Playset schon mal voll. Muss ein unglaubliches Erlebnis sein, diese Karte mal selbst zu pullen aus dem Duelist Pack in First. Ja sowieso, aber auch die unlimitierte Variante stelle ich mir doch als recht angenehmes Erlebnis vor. Dann haben wir natürlich hier den Ring der Zerstörung. Der ist jetzt glaube ich nicht mehr so wertvoll wie eben der Chaos Imperator Drache. Ich glaube der ist auch mittlerweile jenseits der 60 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Aber trotzdem, Ring der Zerstörung und Ultimate, eine wunderschöne Karte. Den habe ich auch dutzendfach als First Edition. Und natürlich der Port of Greed. Port of Greed ist ja schon als Erstauflage recht teuer, ich glaube im dreistelligen Bereich. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, lag die unlimitierte Kopie der Karte hier bei ungefähr 50 oder 55 Euro. Ist also auch keine sportbillige Karte. Für ein Reprint doch recht preishoch oder hochpreisig. Da waren glaube ich auch zwei Stück dabei. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Oder war das nur einer? Ich glaube da war eine dabei, die war ein bisschen zerkratzt, oder? Verwechsel ich das jetzt mit einer anderen Sammlung, das kann auch sein. So, dann haben wir hier das Spellbook of Secrets aus Return of the Duelist. Das haben wir hier tatsächlich als Playset. Hier haben wir tatsächlich einen First mit dabei und zwei Stück Unlimitiert. Beide Varianten sind tatsächlich recht wertvoll. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben mal ein komplettes Display an Special Editions aufgemacht, beziehungsweise zwei Displays, da haben wir auch richtig, richtig schön gezogen. Unter anderem auch diese Karte damals Unlimited ging die zu dem damaligen Zeitpunkt. 40 oder 50 Euro war dementsprechend die teuerste Einzelkarte, die wir gezogen haben. Wir hatten ja damals Excalibur und Ghost Rare gehandelt, den haben wir leider nicht gezogen. Das Opening verlinke ich euch, wenn ich dran denke, auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und die ganzen Tauberbücher finde ich sowieso mega nice. Spellbook of Power haben wir vorher auch gehabt aus dem Astral Pack 2. Spellbook of Secrets finde ich persönlich, ist aber eins der schönsten. Sieht sehr sehr cool aus, muss ich sagen. Trotzdem, auch das Artwork sehr blau und violettlastig ist, muss ich sagen, gefällt mir das recht gut. Das hier ist jetzt eine europäische Kopie. Ich glaube, die erste, die ich euch gezeigt habe, müsste eine Ami gewesen sein. Habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet, aber ich glaube, es war eine Ami, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, auch die hier, wunderschön. Die Conditions sind eigentlich alle, ja, makellos. Gibt eigentlich nichts zu beanstanden, so wie ich das jetzt gesehen habe. Dann haben wir die aufblühende Blumenzwiebel aus Star Strike Blast. Auch hier ist es so, ein Playset, hier sind alle drei First. Denn wie bereits gesagt, Star Strike Blast gab es nie einen Reprint. Das heißt, Star Strike Blast Karten sind immer First. Dementsprechend finde ich das Argument immer so witzig. Ich habe die Karte aus Star Strike Blast und sie ist sogar in First. Finde ich immer mega nice, hört man immer mal wieder. Speziell, wenn man sowas wie den Sternschnuppendrachen angeboten bekommt. Aufblühende Blumenzwiebel, schon immer recht teuer gewesen. Das ist mit der teuerste Print der Karte. Den aktuellen Wert weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Karte war eigentlich meines Wissens nach immer recht spielstark. Und dementsprechend auch immer recht beliebt bei Spielern und mittlerweile auch bei Sammlern. Auch die zweite Kopie sollte eigentlich top in Form sein. Genau. Schauen wir uns noch kurz die dritte an. Also Aufblühende Blumenzwiebel. Ich muss sagen, diese ganzen Pflanzenmonster aus der 5Ds Zeit sind sowieso mega mega cool eigentlich. So vom ganzen Look und von der ganzen Aufmachung her mega nice. Dann haben wir hier den Infernoid Ununku aus Secrets of Eternity. Auch von Secrets of Eternity gibt es ein Opening auf dem Kanal, welches ich euch möglicherweise verlinke. Sollte ich diese ganzen Links vergessen haben, Leute, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann mache ich das nachträglich, weil ich bin bei sowas immer furchtbar vergesslich. Da haben wir auch ein Playset. Die sind alle drei First Editions. Ich glaube, da waren aber mehr dabei. Vier oder fünf oder so. Da waren aber auch, glaube ich, ein oder zwei kaputt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Infernoid Ununku ist tatsächlich mit einer der teuersten Karten aktuell aus Secrets of Eternity. Das letzte Mal, dass ich seinen Wert nachgesehen habe, das war beim Opening zu Informationszwecken. Und da lag er, glaube ich, bei 12 Euro und war damit die dritte teuerste Karte aus dem Set. Das ist jetzt wieder ein Ami-Print. Die teuerste ist natürlich der Malakoda in Ghost. Ist ja vollkommen klar. Was andere Raritäten angeht, war die teuerste Karte, glaube ich, Necros von Gungir in Ultimate Rare. Die ging dann auch nochmal irgendwas mit Para 20, Para 30 Euro. Die hat er, glaube ich, nicht erreicht. Wie viel die aktuell geht, weiß ich, hätte ich gesagt nicht. Vielleicht ist auch wieder gesunken. Die ist, glaube ich, auch mal hoch auf 15, dann später. Jetzt haben wir hier so ein paar einzelne Sachen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Cyberdrache. Der geht trotzdem hier unlimitiert. Meines Wissens nach auch mindestens um die 150 Euro in etwa dürfte die Karte gehen. Auch die ist wirklich in einer hervorragenden Condition. Cyberdrachen kann man eigentlich nicht genug haben. Das ikonischste Monster oder eintrikonischsten Monster aus der GX-Ära. Gespielt von St. Rusell, glaube ich. Wir kennen alle das Set. Cybernetic Revolution ist ein absoluter Klassiker, ein absolutes Überset. Auch heute noch sehr gefragt bei Sammlern, bei Leuten, die Retro-Openings machen wollen. Ich persönlich will ja auch mal so ein Display aufmachen. Dann haben wir eine Überlastfusion. Die ist auch mittlerweile sauteuer geworden. Ich glaube, irgendwo bei 80 Euro liegt die oder so. Hier auch als Erstauflage aus Power of the Duelist ist sozusagen eine der Money Cards aus dem Set. Wobei es da einige Karten gibt, die doch recht teuer sind. Dann haben wir den Dark Lucius Level 6. Ist tatsächlich auch ein Thema, das mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Aber die Karten sind so, die sieht man irgendwie nie. Also es gibt ja auch noch den Level 10 und so. Aber die sieht man eigentlich fast nie. Also das ist wirklich eigenartig. Die kommen jetzt übrigens aus diesen Sneak Kids Boxen, die ich schon mal angekündigt habe. Da sollte ich auch irgendwann nochmal was bekommen vom lieben Alex. Die hat er wahrscheinlich auch selber gezogen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Zum Beispiel die Sneak Kids Boxen, falls ihr das nicht wisst, das sind Boxen mit 240 Boostern oder so. Und damals wurden die benutzt, um eben auf Sneak Peaks die Packs rauszugeben. Da wurden keine Displays aufgemacht, sondern eben diese Boxen. Jetzt haben wir Iris, die Erdmutter. Finde ich cool, weil meine Mutter heißt auch Iris mit Vornamen. Die Karte ist also ihr gewidmet. Die haben wir hier zweimal. Einmal First, einmal Unlimited. Die hier kommt wahrscheinlich auch wieder aus einer Sneak Kids Box. Und die andere wird da wahrscheinlich irgendwo mal anderweitig bekommen haben. Das fand ich auch cool. Da habe ich auch eine schöne Erinnerung dran. Und zwar hatten wir mal ein Abonnent auf Ebay. Da gab es ja diese ganzen Ultimate Rares für einen Euro mal vor einer Weile. Was heißt vor einer Weile? 2-3 Jahre ist das ja. Da hat er mir mal richtig einen Haufen zusammengekauft und mir den dann geschickt. Das waren auch locker 50 Ultimate Rares im Wert von keine Ahnung 60 Euro oder so. Mittlerweile glaube ich ein paar Euro im Mehrwert. Aber wirklich eine schöne Karte, muss man schon sagen. Aus Cyber Dark Impact. Ja, zu den Sneak Kids Boxen nochmal. Also zunächst mal haben wir hier nochmal die schweigsame Magierin Level 5. Die geht da mittlerweile auch fast 40 Euro oder so. Zu den Sneak Kids Boxen. Ich habe mir gedacht, ich hole mir entweder eine Lost Millennium oder eine Cyber Dark Impact. Oder war es Power of the Duelist? Irgendwie sowas. Nee, RDS war es. Rise of Destiny, richtig. Richtig. Und das Coole an diesen Boxen war, es gab keine feste Verteilung. Das heißt, man hätte aus diesen 240 Boostern rein theoretisch auch 240 Ultimate Rares ziehen können. Der Nachteil ist, dass das halt alles Retail Packs sind. Und das bedeutet, dass man nur die Rares quasi als Ultimate Rares bekommen kann. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt ein Cybernetic Revelation Display habe und ich habe da die Retail Packs, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Cyber Drachen ziehe, gleich null. Ja, genauso wenig wie einen Cyber Enddrachen. Sondern dann kriege ich halt nur die Karten, die es dort halt auch als Rare gab, bekomme ich dann da als Ultimate Rare. Ist ein bisschen schade, bei manchen Sets ist das tatsächlich auch ganz cool. Aber in der Regel geht man damit so ein bisschen minus. Weiter geht's mit dem Alien Warrior, also dem Alien Krieger. Der ist hier zweimal dabei als Power of the Duelist. Der ist auch zweimal First und auch der wurde vermutlich selbst gezogen. Finde ich hervorragend. Die Karte ein schönes Finish. Ich mag diese Alien Karten sowieso ganz gerne. Ich hätte mir bloß gewünscht, dass es davon vielleicht mehr hohe Raritäten geben würde. Die sind ja hauptsächlich in Rare oder Coming, diese ganzen Alien Krieger und wie sie da alle heißen. Kamen ja auch in der GX-Zeit raus. War halt so ein kleines Filler-Thema. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Hier haben wir dann noch zweimal Neo-Weltraum Aqua Dolphin. Auch beide unlimitiert an der Stelle. Aber Aqua Dolphin ist halt auch einfach durch seine Farbenpracht und durch dieses Regenbogenfarbene hinten sehr, sehr schön gemacht. Leider ist die Prägung bei der Karte irgendwie nicht so prickelnd. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Würde man die Karte heute prägen, würde ich mal davon ausgehen, dass das Monster selber einfach nicht mitgeprägt worden wäre, dafür der Hintergrund besser gestanzt worden wäre. Und dann würde das Ganze vermutlich einfach auch mehr hermachen. Dann machen wir weiter mit der Verlockung der Finsternis aus Phantom Darkness. Die Unlimitiert aktuell. Ich habe heute mal ein bisschen nachgeguckt. Ich nehme das Video ja über mehrere Tage auf. Geht glaube ich Deutsch Unlimitiert. 100 Euro fast. Sowas in die Richtung. Wenn ich die jetzt nicht verwechselt habe. Ist schon ein bisschen krass. Inwiefern der Wert realistisch ist, sei mal dahingestellt. Also es ist schon eine teure Karte. Ich glaube so 40, 50. Geht die auch Unlimitiert in Nirmand. Aber 100 Euro, das erscheint mir dann vielleicht doch einen Ticken viel. Vielleicht gab es da auch einfach nur einen großen Buyout. Die war hier glaube ich dreimal dabei. Sowas Placed oder sogar viermal. Allerdings waren ein oder zwei davon leider nicht mehr in einem für mich zu gebrauchenden Zustand. Was recht traurig ist, weil die Karte kriegt man heutzutage nicht mehr so häufig als Ultimate Rare her. Ich glaube mittlerweile gibt es ja einige Reprints auch super rare technischer Natur. In, keine Ahnung, Fusion Enforce, also irgendwie ein Set dieser Richtung. So dann haben wir hier zweimal den Notfall Teleport. Sind auch beide Unlimited, aber auch beide recht hochpreisig. Ich glaube die gehen auch so zwischen 30 und 50 Euro das Stück. Notfall Teleport war ja eine Karte aus The Duelist Genesis. Eine Karte, die spielerisch damals recht relevant war. Ich denke mal aufgrund des Preises ist es auch heute noch so, dass man die gut einsetzen kann. Ich denke mal nicht, dass der Preis der Karte ausschließlich auf einer gewissen Sammlungsrelevanz... Ich glaube nicht, dass der Wert der Karte tatsächlich auf reiner Sammlungsrelevanz beruht. Also ich denke mal schon, dass da auch die spielerische Relevanz gerade noch ein bisschen mit rein spielt, dass die so um die 40, 50 Euro geht. Dann haben wir hier den Chitonien-Soldat. Den habe ich auch nachgeguckt. Der ging auch irgendwas mit 40 Euro oder so. Halte ich jetzt auch für ein Gerücht aus Elemental Energy. Das ist so eine richtige Random Ultimate Rare. Die ging vor einem Monat noch 12 oder 13 Euro. Da muss es ein Buyout gegeben haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Oder es ist vielleicht in einem der Sets, die ich verpasst habe, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel wie bei hier Battles of Legends Armageddon. Da weiß ich ja nicht mal welche Themen da rausgekommen sind, außer dieses komische Gneron-Thema. Kann ja sein, dass jeder irgendwo spielbar geworden ist oder so. Keine Ahnung, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, das ist halt einfach wieder so ein typischer Buyout-Preis. Dann haben wir die verbotene Lanze. Das ist wieder richtig sad. Da war nämlich ein Play-Set mit bei. Sogar ein First, zwei Stück oder ein Stück. Aber die waren halt vom Zustand her nicht so prickelnd. Aber der verbotene Kelch war es glaube ich nicht. Lanze habe ich Lanze gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das ist der verbotene Kelch. Sollte ich mich getäuscht haben aus Raging Battle. Aber trotzdem cool, dass zumindest eine davon zu gebrauchen ist, auch wenn sie unlimitiert ist. Ich habe bedauerlicherweise bei diesen ganzen verbotenen Sachen, die es in Ultimate Rare gab, ein ziemliches Unlimited Problem. Weil unlimitiert habe ich die wirklich säckeweise. First habe ich auch wieder nur so fünf, sechs bis zehn Stücke oder so. Dann in die Leere. Auch eine Karte, die verdammt teuer war. Aus The Shining Darkness. Man musste sich auch letztens mal eine aussortieren. Zum einen war die irgendwie spanisch oder so. Zum anderen hatte sie hinten einen Kratzer drauf. Aber jetzt haben wir sie ja wieder. Und sogar auf Deutsch. Die, wo ich aussortieren musste, war auch unlimitiert. Dementsprechend ist es ganz gut, dass hier die Unlimited am Schlüssel ist. Genau. Wir lassen das jetzt einfach mal so liegen und sehen davon ab, weitere Karten rauszulegen. So wie bei den Ghost Dress eben vorhin auch. Dann haben wir Mermel Abyss Toys als Playset. Da waren ursprünglich zwei Playsets dabei. Drei Stück davon waren bedauerlicherweise nicht mehr in so einem prickelnden Zustand. Die wurden dann allerdings mittlerweile schon wieder weitergegeben. Ich habe da nämlich einen Kollegen, der braucht ganz viele von diesen Mermel Karten. Und immer wenn da was abfällt, kriegt er die von mir direkt zugeschanzt. Grüße gehen raus an den lieben Chris. Wir müssen uns mal wieder irgendwie treffen, wenn du mal Samstag Zeit hast. Genau. Dann haben wir eben hier drei Stück am Start. Ist eine sehr, sehr coole Karte. Ich mag diese ganzen Mermel Karten sowieso ganz gerne. Da geht, glaube ich, eine Nier mit anderen Mitte. 30 Euro oder so. Also haben wir da auch wieder 90. Dann haben wir hier den Mega-Fest Drachen aus The Lost Millennium. Die kommen zum Beispiel auch nicht aus einem Retail Pack. Das ist definitiv aus einem Hobby Pack. Denn das ist normalerweise eine super Rare in dem Set. Das heißt, die kann man eigentlich nur aus den Hobby Boxen ziehen. Dementsprechend einen gewissen Seltenheitswert. Denn wenn man mal diese ganzen alten Sets so betrachtet, diese ganzen Displays und Sneak Kids Boxen und was du alles herkriegst, das ist in der Regel tatsächlich immer Retail Stuff. Also ich sehe wirklich sehr, sehr selten irgendwelche Hobby Boxen, die es da zum Aufmachen gibt oder zu kaufen gibt. Dementsprechend finde ich das halt mega cool. Man kann übrigens auch aus den Retail Packs kann man auch die Ultimate-Rail-Varianten der Holos ziehen. Aber das ist halt wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Also diesen Ultra-Shortprint da drin. Dann haben wir den Seltenheitswert. Auch das ist eine 25 Euro-Karte in etwa. Witzigerweise recht unscheinbar, wie ich finde. Denn sie sieht jetzt optisch nicht so aus, als wäre die da was weiß ich wie viel wert. Ich habe das jetzt eher für so eine 5 Euro-Karte gehalten. Habe aber auch heute beim Force of the-Thema ein bisschen nachgeguckt, damit ich zumindest ein Stück weit mitsprechen kann aus Force of the Breaker. Force of the Breaker haben wir auch ein komplettes Display an Special Editions aufgemacht. War das erste richtige Opening, nee nicht das erste, das zweite war es glaube ich. Das zweite Opening, das wir hier auf dem Kanal tatsächlich gehabt haben, als wir das Format eingeführt haben. Denn ihr wisst, ich war eigentlich nie ein Fan von diesem Opening-Format, wo man Displays aufmacht. Aber meine Abonnenten hat mich dazu überredet und dementsprechend machen wir das jetzt. Allerdings versuche ich das immer mit recht exklusiven Produkten zu machen. Ich wollte eigentlich auch noch zwei Displays des neuen Duelist Packs öffnen. Auf japanisch, aber das kommt jetzt eh bald bei uns, deswegen sehe ich davon ab. Dann haben wir hier den Versuchstiger. Tatsächlich hier einmal den First Edition aus Gladiators Assault, megacool. Ich habe mal vor vier Jahren oder so zwei Displays günstig ranbekommen. Dann haben wir auch einmal den Versuchstiger in Ultra und einmal in Altie gezogen. War quasi eine Doppelung, damals war der aber noch nicht so viel wert. Ist aber auch mittlerweile eine Karte, die einiges geht. Dann haben wir das ultimative Insect Level 3, auch eine wunderschöne Karte. Ich mag die ultimativen Insekten und einige von denen gehen tatsächlich auch ein bisschen was. Ich glaube, die hier geht auch irgendwas mit 12 oder 17 Euro oder sowas um den Dreh rum. Mega, mega schöne Sache. Dann haben wir hier Rampaging Rhinos, falls man das so ausspricht. Das ist zum Beispiel so eine Karte, die sieht man mittlerweile auch recht selten. Ist aber an und für sich trotzdem nichts wert. Ich glaube, die müsste irgendwo zwischen 5 und 10 Euro liegen. Mehr ist da wahrscheinlich nicht. Aber auch die hat er wahrscheinlich selbst aus einem Cyberlock Impact Retail Pack gezogen, aus der Sneak Kids Box. Dann haben wir hier den Combo Meister als Playset. Der ging vor einer Weile noch 30, 40 Euro oder so. Das war halt ein absoluter Buyout Preis. Aber ich glaube, der müsste mittlerweile wieder gesunken sein. Ich meine, so selten ist die Karte nicht. Das bedeutet, da werden wahrscheinlich wieder ein paar nachgelistet worden sein. Oder die Leute haben zumindest ihre Preise angepasst. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, habe ich jetzt nicht nachgesehen. Aber ich persönlich halte das eher für so eine 10 Euro Karte. Ist aber eine sehr schöne Karte, ein sehr cooler Krieger. Die Karten von damals haben einfach was. Das ist einfach, ach, das ist noch so grob. Da ist nicht jeder Krieger irgendein Cyber Soldier wie aus so einem schlechten Isekai Anime. Dann haben wir Flash of the Forbidden Spell aus Cyber Dark Impact. Auch das ist jetzt eine relativ günstige Ultimate Rare. Das ist jetzt eine Karte aus einem Retail Pack. Denn das ist normalerweise eine ganz normale Rare. Sieht aber sehr schön aus, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Gladiator und Geheuer Thorax aus Gladiators Assault. Auch eine sehr schöne Karte. Ist jetzt zwar bei weitem nicht mein Lieblings Gladiator und Geheuer. Aber es ist definitiv eine sehr schöne Karte. Ein Kugelfisch mit Rüstung sozusagen. Ist auch eine nette Idee. Dann haben wir die Wundersame Wiedergeburt. Heißt sie glaube ich auf Deutsch. Aus Cyber Dark Impact. Ebenfalls als First Edition. Einen Elementar Another Neos aus Tactical Evolution. Sozusagen Elementar Neos Junior. Wenn man so möchte. Die ist glaube ich First auch richtig wertvoll. Irgendwo bei 50, 60 Euro müssen die liegen die an. Damit weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube komplett wertlos dürfte die auch nicht sein. Dann haben wir hier aus Shadows of Infinity. Divine Dragon Axelion. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Da hätte ich gerne mal so ein richtig riesiges Booster Package sozusagen. An Hobby Box Boostern. Denn da kann man nämlich die ganzen Heiligen Ungeheuer ziehen. Wir wissen ja wie wertvoll Uria ist. Und auch die anderen sind mittlerweile fast alle im dreistelligen Bereich. Bei Harman weiß ich nicht. Aber ich glaube Braviel müsste auf jeden Fall schon über 100 sein. Wenn nicht gar 200. Und Uria liegt glaube ich Deutsch First. Irgendwo 500 oder so richtig sick. Dann haben wir Chain Burst aus Rise of Destiny. Das ist jetzt auch das Set wo ich eben meinte, dass ich mir das Retail Box holen möchte. Dann haben wir Cosmic Horror Gangiel aus Power of the Duelist. Sowie eine ausgelöste Beschwörung. Das sind jetzt halt so ein paar Random Karten aus Force of the Breaker hier an der Stelle zum Beispiel. Dann haben wir Gladiator Hungenheuer Alexander. Auch eine coole Karte aus Gladiator Sassau. Die gefällt mir schon ein bisschen besser als Thorax. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr schöne Karte. Und die letzte Karte des zweiten Stapels kommt auch aus Cyber Dark Impact. Und ist an der Stelle eben hier der Dimensional Inversion. Mann mein Englisch ist echt geil. Dann machen wir weiter mit dem dritten Stapel. Das sind jetzt wieder so ein paar Sachen wo halt nur einmal dabei waren glaube ich. Wenn ich das richtig sortiert habe. Dann wäre zum Beispiel Neckless of Command aus RDS. Eine wunderschöne Karte. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Rein optisch gesehen ist das ein absoluter Hingucker. Schaut euch mal das Artwork an. Und wie das geprägt wurde. Es ist einfach wunderschön. Also das ist so eine Karte für jeden der nach Optik sammelt. Einfach was schönes haben möchte. Der kann sich die gerne holen. Auch als First Edition. Die ist überhaupt nicht teuer. Sehr cool. Dann haben wir die Transzendente Flügel aus Cybernetic Revelation. Da hatte ich letztens mal so eine als Missprint. Die hat überall so hellgrüne Flecken drauf geprintet. Da muss wohl irgendwas schief gelaufen sein. Als die die damals geprintet hatten. Die habe ich mittlerweile weggegeben. Weil mit dieser Art von Missprint kann ich nichts anfangen. Dann haben wir die Zwillings Photon Eidechse aus Ord of Chaos. Das ist auch so eine 1€ Ulti von damals gewesen. Die ich so über Ebay häufig bezogen habe. Das war auch mit einer der ersten Ultis die ich selber gezogen habe. Die erste Ulti die ich ja jemals selber gezogen habe. War ja die Aufziehkätzchen genau. War damals glaube ich ein Zwanni wert oder so. Hat mich richtig gefreut. Wie so ein Schnitzel. Am Anfang fand ich es aber blöd. Dass der Rand auch jetzt Ultimate Red geprintet ist. Das hatte ich halt einfach anders in Erinnerung. War ungewohnt. Und was ungewohnt ist kann man ja erstmal partout nicht leiden. Aber mittlerweile liebe ich das. Sehr sehr schön. Dann haben wir Gaia Soul The Combustible Collective. Mann ist dieser Name schwer auszusprechen für mich. Ich mit meinem drittklassigen Englisch tue mir da echt schwer. Das ist auch so eine Random Rare gewesen aus RDS. Die halt so eine Ultimate Rare Variante hatte. Ich persönlich finde sie sieht eigentlich ganz cool aus. Man kann sich nicht beschweren. Das ist mal was anderes. Ja geht ins Ohr bleibt im Kopf sozusagen. Smith & Wesson. Ne aber sehr cool auf jeden Fall. Nehme ich auch gerne mit. So als erste Auflage. Dann haben wir Wolkian Schäfchen Wolke. Die Karte suche ich sowieso immer noch ein bisschen. Weil von der habe ich noch nicht so viele in Ultimate Rare. Ich glaube erst fünf oder sechs. Die habe ich immer so ein bisschen vernachlässigt. Aus Gladiator's Assault. Haben wir auch letztens in den Neuzugängen gesehen. In First allerdings. Dann haben wir Titania Prinzessin von Chameleon aus Crossroad of Chaos. Eine sehr sehr schöne Ultimate Rare muss ich sagen. Die kam dann später auch als Gold Rare raus. Als Gold Rare sah sie ja absolut ätzend aus. War richtig 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 kacke. Vielleicht wenn es eine Synchro gewesen wäre es gut ausgesehen. Aber so hat das wirklich nicht schön ausgesehen. Aber so als Ultimate Rare macht das halt echt was her. Also das ist wirklich eine wunderschöne Karte. In einer wunderschönen Condition. Und dann haben wir Mermel Abyss Linde aus Abyss Rising. Auch hier ist es wieder so. Habe ich letztens eine aussortiert. Ebenfalls Ami Print wie die hier. Ebenfalls Unlimited wie die hier. Die hat ein Eselsohr links oben. Die ist mir auch mal durch die Qualitätskontrolle sozusagen durchgerutscht. Und ja jetzt habe ich hier einen passenden Ersatz dafür. Sehr cool. Dann haben wir hier BES Entdeckter Kern. Dieses ganze BES Thema hat er auch so seine Liebhaber. Muss man mögen. Mag nicht jeder. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool. Sie sind für mich jetzt zwar nicht das höchste der Gefühle. Aber man nimmt sie natürlich gerne mal mit. Dann haben wir Inishi Shians Kanzler aus Gladiator Sassault. Ebenfalls Unlimited. War glaube ich eine Superware normalerweise. Dürfte also aus einer Hobby Box kommen. Also quasi aus einer Special Edition nehme ich mal an. Ich glaube nicht dass Gladiator Sassault ein Display Print bekommen hat. Der als zweite Auflage durchgeht. Da gab es glaube ich nur First Edition Prints. Sehr cool. Dann haben wir den Finsterritter Parsath aus Phantom Darkness. Sogar als erste Auflage. Und vom Zustand her auch absolut hervorglänzend. Der war vor einer Weile mal sogar was wert. Ich glaube der war kurz im Hype als dieser neue Finsterritter angekündigt wurde damals. Da gab es ja dann mal so einen neuen. Da ist er glaube ich mal kurz durch die Decke gegangen. Und war irgendwo bei 20 Euro. Mittlerweile irgendwo wieder bei 5 oder sowas. Dann haben wir hier den Erinnerungszerstörer aus Shadows of Infinity. Das ist auch wieder so eine absolute Random Ulti halt. Weiter geht es mit den Sektor Giga Gottes Anbieterin aus Order of Chaos. First Edition. Die Insektoren waren ja damals auch in aller Munde. Das war auch ein sehr sehr starkes Thema. Auch hier ist die Condition natürlich sehr schön. Und die Gottes Anbieterin ist halt auch eine Karte die durch ihr Farbspiel extrem zur Geltung kommt. Finde ich auch mega cool. Dann haben wir den Hyperphysischen Sprenger im Angriffsmodus. Der normale Hyperphysischen Sprenger ist ja eine Synchro. Die hier ist jetzt aus Crimson Crisis und ein Effektmonster. Auch als Erstauflage ist allerdings auch so eine 5 Euro Karte. Also das sind jetzt wie ihr sehen könnt eher so Sachen die preislich dem unteren Preissegment anzuordnen oder einzuordnen sind. Dann haben wir Unteroffizier Elektro. Das ist so eine Karte die gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann an der Karte irgendwie nichts finden was mir gefällt. Ich weiß auch nicht irgendwie taugt mir die nicht. Ich frag mich sowieso wie die überhaupt als Ultimate Ray gedruckt werden konnte aus Photon Shockwave. Trotzdem gehört halt einfach mit dazu. Nehmen wir also trotzdem gerne mit. Dann haben wir Karakuri Muso Nr. 808 Hyper. Das finde ich wieder cool weil die Karakuri Karten finde ich mega nice. Da ist ja auch letztens wieder Support rausgekommen dafür. Sehr cool aus Storm of Ragnarök. Bedauerlicherweise hier halt nicht First Edition. Aber selbst wenn besonders viel mehr wert ist die natürlich nicht. Auch das ist eher so eine Random Karte. Dann haben wir Legendäre 6 Samurai Shien. Die war glaube ich mal ein bisschen was wert. Egal ob First oder Unlimited ist eine gute Ultimate Ray aus Storm of Ragnarök. Allerdings muss ich ehrlich gesagt sagen ist die mittlerweile glaube ich nicht mehr viel wert. Und ja die Samurai muss man halt auch mögen. Ich mochte halt vor allen Dingen die ganz alten Samurai aus der GX Zeit. Mit denen bin ich halt einfach aufgewachsen. Die neuen finde ich auch ganz cool. Sie haben aber trotzdem sie eigentlich fast den selben Zeichenstil haben. Nicht den Charme der alten meiner Meinung nach. Dann haben wir den Bohrkrieger aus Absolute Power Force. Das ist ja hier da gab es ja Synchro Krieger, Jet Krieger, Bohrkrieger und wie sie alle hießen. Turbokrieger. Das sind alles so Karten die konnte ich damals gar nicht sehen so zur Anfangszeit. Weil ich wieder eingestiegen bin. Hoppla. Einfach weil die zu Transformer mäßig aussahen. Mittlerweile kann ich mich ganz gut mit denen anfreunden. Ich muss sagen ich finde zum Beispiel den Turbokrieger extrem schön. Der ist wirklich top. Der Bohrkrieger gehört jetzt nicht so zu meinen Favoriten. Der ist immer noch ein bisschen naja lala. Aber er sieht nicht schlecht aus. Kann man nicht behaupten. Und dann haben wir Unlimited aus Dualist Alliance Baxia Brightness of the Ying oder Yang Sing. Die Yang Sing Monster ist so ein Thema das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Also ich bin kein Fan dieses Themas. Es gibt ein paar die ganz gut aussehen. Das sind tatsächlich auch hauptsächlich die Synchro Monster. Auch Baxia finde ich ganz cool. Allerdings die ganzen Normal Monster also die sehen in der Regel recht schlicht aus. Auch diese ganzen Super-Raisen. So ich weiß nicht. Diese japanischen Drachen-Designs gefallen mir auch einfach gar nicht. Also im allgemeinen dieses japanische Drachen-Design. Dann haben wir das Donner-Einhorn aus Dualist Revelation. Da gab es ja das Donner-Einhorn, Zweihorn und Blitz-Dreihorn oder irgendwie so. Und ja das sind sehr sehr schöne Karten alle drei. Das ist so ein schönes Trio. Hier ist es aber glaube ich nur die dabei. Sieht auf jeden Fall auch mega nice aus. Die sind glaube ich alle drei auch nix wertig. Ich glaube die teuerste geht 4 Euro oder so von den dreien. Ist aber nice to have wenn man so Sets sammelt wie die Götterkarten. Neilegen Ungeheuer oder die Asengötter oder so. Das ist auch eine schöne Alternative. Dann haben wir Nummer C. Eine oder zwei Erzunterwäldler Seraph aus Primal Origin. Die habe ich glaube ich 100 Mal als Ultimate Rare oder so. Die ist richtig billig. Also ich glaube die geht auch heute nicht mehr als 2 Euro wenn überhaupt. Ist aber trotzdem eine schöne Karte. Die kann man mal mitnehmen. Dann haben wir Magdolsche Königin Tiramisu aus Abyss Rising. Die Magdolsche mochte ich am Anfang auch nicht wirklich. Ich finde sie ja mittlerweile tatsächlich recht cool. Und auch diese Umsetzung finde ich halt irgendwie mega cool. Ich weiß nicht. Mir gefällt es halt irgendwie. Ich finde sie mittlerweile recht ulkig. Und auch hier die Prozesse und wie sie alle heißen finde ich eigentlich ganz cool. Früher mochte ich die überhaupt nicht. Dann haben wir den Hierophant der Prophezeiung aus Return of the Duelist. Auch den haben wir glaube ich einmal in einem Opening gezogen. Ich glaube der war auch zweimal dabei. Einmal beschädigt und einmal hier in einem guten Zustand. Aber an und für sich dieses Prophezeiungsthema. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Allerdings dieser Prophezeiungszerstörer. Ich weiß nicht. Der wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen wie halt eins der Bossmonster des Ganzen. Aber irgendwie der Prophezeiungszerstörer. Der wirkt irgendwie wie aus Magic. Der passt artworktechnisch gar nicht zum Rest des Themas dazu. Aber trotzdem hier geht es um den Hierophant und den finde ich halt mega cool. Nur den Namen den finde ich halt irgendwie ein bisschen eigenartig. So und dann haben wir noch den Wandelsternritter Trevor aus New Challengers oder Next Challengers. Ich kann mir nicht merken was es jetzt ist. Das Set bekommt allerdings wieder so eine Art Reboot kann man nicht sagen. Aber das nächste Set heißt ja Phantom Rage. Und das ist auch in Anlehnung eben hier an New Challengers. Also sehr sehr cool an der Stelle. Mega cool. Auch das Artwork gefällt mir halt einfach echt gut. So dann kommen wir zu dem letzten Stapel der Ultimate Rares. Danach geht es noch mit ein paar normalen Holos weiter. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Wir haben hier jetzt den Insektor Extra Stack aus Galactic Overlord. Zweimal. Zweimal den Ultimate Rares. Die gehen glaube ich beide nicht besonders viel. Aber wie bereits gesagt. Insektor ist halt einfach ein recht ikonisches Thema. Und ich muss sagen der Extra Stack gefällt mir halt auch besonders gut. Weil dieses silberne Monster mit dem schwarzen Kartenlayout. Und dann auch noch dem Ultimate Rares Effekt. Das ist halt wirklich eine sehr sehr gelungene Kombi. Also das ist eine Karte die schaue ich mir wirklich sehr sehr gerne an. Das ist auch vom ganzen Design her sehr gut gelungen. Gefällt mir ausgezeichnet. Dann haben wir die Chatonian Allianz. Die haben wir hier halt auch zweimal. Das ist aus Elemental Energy eher so eine random Ulti wenn man denn so möchte. Der Zustand ist natürlich hier auch hervorragend wie immer. Dann haben wir zweimal den Schadenskondensator aus Shadows of Infinity. Auch eine sehr gelungene Karte. Ist ursprünglich glaube ich eine Super Rare gewesen. Die gab es dann auch in Dark Revelation 4 glaube ich. Da geht sie sogar noch mehr als die Ultimate Rare. Dark Revelation 4. Da sind die Karten ja eigentlich alle recht selten daraus. Und ja vor allen Dingen halt der Ultimate Rare Effekt bei der Karte sieht halt einfach wunderschön aus. Also absolut eine mega klasse Sache. Dann haben wir ein Held Lebt. Die haben wir hier gleich viermal. Zweimal in First. Zweimal Unlimited. Ein Held Lebt. Da bin mir jetzt nicht sicher. Aber das war mal eine über 20 Euro Karte. Wie das aktuell aussieht weiß ich nicht. Aber da waren auch ein oder zwei mehr dabei die dann halt vom Zustand nicht mehr so prickelnd waren. Also einer auf jeden Fall. Ich glaube sogar in First. Die anderen gingen aber komplett steil sozusagen vom Zustand her. Sehr sehr schön. Ist auch ein wirklich schönes Artlook. Das ist glaube ich Elemental Woodsman. Und auch die anderen beiden Monster gibt es tatsächlich auch als echte Karte. Wenn mich nicht alles täuscht. Sehr cool. Auch die letzte ist natürlich von der Condition her absolut hervorragend. Dann haben wir die deutsche Prozessin. Das ist sie sogar. Hier aus Return of the Duelist. Dann haben wir hier zwei Stück in First und zwei Stück in Unlimited. Das ist übrigens auch recht witzig. Ich habe damals für ein besonderes Video habe ich mir bei dem Special Edition Opening eine Special Edition zur Seite gelegt. Das Video hat es nie gegeben. Das habe ich dann verworfen. Und das Ding Offcam aufgemacht. Dann habe ich auch eine Prozessin in den Ultimate Rail gezogen. Die damals auch glaube ich 20 Euro oder so ging. Also die Magi-Deutschen sind tatsächlich gar nicht wertlos. Die gehören mit zu den teuersten Karten aus für Turn of the Duelist. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Wie es aktuell aussieht weiß ich nicht. Das ist jetzt schon locker ein Jahr oder so her. Da hat sich natürlich einiges verändert. Es gab die ein oder andere Bandlist. Andere Sachen sind relevant geworden. Andere weniger relevant. Aber so vom damaligen Standpunkt aus gesehen war das einer der besten Puls überhaupt. Und ich hatte ihn nicht im Video. Ich habe mir so den Arsch gebissen. Naja das Video war trotzdem Erfolg und der war ja offensichtlich sehr zufrieden. Dann haben wir Planierraupe des Untergangs. Und die haben wir wirklich schon fast bösartig oft am Start. Ich glaube sechs Mal oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal sogar. Also wir haben ja sieben Mal die Planierraupe des Untergangs. Da wäre jetzt theoretisch schon fast ein komplettes Unlimited Kontingent voll. Also die sind tatsächlich alle Unlimited. Ich werde es euch jetzt ersparen mir die alle anzugucken. Das mache ich dann off-cam. Dann haben wir die bewaffnete Armee aus Elemental Energy. Ebenfalls so eine eher random Ultimate Rare aus Elemental Energy. War halt auch eine Rare im Normalfall. Hatte keine andere Rarität. Ist aber eine sehr schöne Ultimate Rare muss man sagen. Die bleibt auch im Kopf. Auch mit einem der Samurais drauf. Also das ist eine sehr sehr schöne Ausrüstungs-Zauberkarte. So müssen Zauberkarten aussehen. Ich finde zum Beispiel jetzt... Oh, da sind sogar drei dabei. Lol. Ich finde zum Beispiel jetzt diese angekündigten Promos in der Tin mega cool. Also viele sind ja unzufrieden wegen der schlechten Spielbarkeit. Aber was die Optik angeht muss man schon sagen. Natürlich der Dragoon ist ja vollkommen klar. Und diese Blue-Eyes-Zauberkarte. Ich weiß leider gerade den Namen nicht mehr. Aber die finde ich auch mega nice. Also selten so eine geile Blue-Eyes-Karte gesehen wie die. Und ja genau das war hier dann die bewaffnete Armee. Und zu guter Letzt bei den Ultimate Rares. Jetzt haben wir hier den Mehrteil-Golem dreimal. Dreimal animated aus Zulis Genesis. Das war auch so eine 1-Euro-Ulti auf Ebay. Die ich mir dutzende Male gekauft habe. Immer zusammen mit der Nummer Schlag mich tot Focus oder wie sie hieß. Diese komische Kamera, diese Xyz-Karte. Da gibt es ja auch so ein kleines Mini-Set. So ich glaube Kleinteil-Golem, Mittelteil-Golem, Großteil-Golem und dann eine Mehrteil-Golem. Da kann man sich auch so das kleine Collection zusammensammeln, wenn man möchte. Warum nicht? Ist aber halt nichts wert. So genau. Das waren die Ultimate Rares, die hier am Start waren. Ich würde sagen, ich räume jetzt hier mal kurz auf und dann kümmern wir uns um den Rest. So Leute, eineinhalb Stunden sind schon vergangen. Toi, toi, toi für alle, die noch dran sind. Zähne zusammenbeißen. Wir kommen jetzt zum letzten Teil des Ganzen. Das ist jetzt nicht sortiert nach bestimmten Raritäten. Das ist einfach nur Querbeet, der komplette Rest. Wir haben da alles von, ich glaube, Super-Rare bis hin zu Collectors und Starlight-Rare. Und wir fangen auch direkt mit einer Starlight-Rare an. Und zwar haben wir hier den großen Salamander Pyro-Phoenix. Der geht, glaube ich, aktuell knapp 250 oder 350 Euro, wenn sich nichts geändert hat. Meiner Meinung nach ist das tatsächlich der oder die häufigste Starlight, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Also wenn jemand irgendwo eine Starlight gezogen hat, dann war es meistens der große Salamander Pyro-Phoenix aus Chaos Impact. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr coole Karte. Auch im normalen Secret sieht die Karte sehr gut aus. Ich muss sagen, das Starlight-Rare passt schon sehr, sehr gut zu der Karte. Also das muss man dem Ganzen doch lassen. Sehr cool auf jeden Fall. Naja, da braucht man, glaube ich, die Condition gar nicht allzu genau überprüfen. Das ist eine recht neue Karte. Also wirklich eine sehr, sehr neue Karte. Die wird schon in Ordnung sein. Dann haben wir die Rückkehr des Sturmdrachen aus Rising Rampage. Das ist wiederum ein Set, das ziemlich geschichtsträchtig ist. Denn in diesem Set kamen die Starlight-Rares raus. Dort gab es auch nicht wie aktuell fünf Starlight-Rares pro Set, sondern halt immer nur vier Starlight-Rares. Und was ganz wichtig ist und was diese Karten aus dem Set so besonders macht, die Ratio war eine andere. Und zwar war es da so, dass, glaube ich, eine Starlight-Rare in jedem zweiten Case drin war. Also es war nicht so wie jetzt, dass in jedem Case eine Starlight drin ist, sondern es war tatsächlich so, dass in zwei Cases eine Starlight drin war. Das bedeutet, die Karten sind natürlich auch wesentlich, wesentlich seltener. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum Apollusa so teuer ist. Ich meine, klar, die ist auch spielbar, aber sie ist halt auch unglaublich selten. Die geht ja mittlerweile, glaube ich, über 1.000 Euro, wenn sich nichts geändert hat. Ging ja auch schon fast auf die 2.000 zu, wobei das wohl eher an dem geringen Angebot lag, meiner Meinung nach. Aber ich denke mal, 1.000 ist aktuell schon ein sehr realistischer Preis. Und ja, das ist die Rückkehr der Sturmdrachen bzw. Rückkehr des Sturmdrachen in Starlight-Rare übrigens sehr, sehr cool. Meines Wissens nach die einzige Fallenkarte bisher, die tatsächlich als Starlight auf den Markt gekommen ist, war ansonsten eine Super-Rare in dem Set. Machte als Super-Rare nicht allzu viel her, aber ich muss sagen, die Starlight-Rarity poliert das Ganze optisch doch auf jeden Fall ein bisschen auf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und es harmoniert halt auch wirklich sehr, sehr gut mit den ganzen Grautönen hier im Artwork. Das ist wirklich mega nice, gefällt mir sehr gut. Und dementsprechend gehört die hier tatsächlich mit zu den seltensten Starlights, die es überhaupt auf dem Markt gibt, aufgrund der Ratio aus dem Set. Ich glaube, die geht, waren es 100 oder 250? Ich glaube, eher 150 war es gewesen, weil das ist jetzt nicht die beliebteste Karte aus dem Set gewesen. Da war eben Apolusa und die drei anderen bzw. die zwei anderen schon wesentlich weiter vorne. Ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Collectors-Rares, die da am Schlüssel waren. Dann haben wir hier zum einen Toon-Page-Flip. Das sind, ja, ich denke, alles englische Karten. Hier ist es so, die, also unsere Prints der Collectors-Rare unterscheidet sich, obwohl sie eigentlich genauso geprintet ist wie die japanische, doch ein bisschen von der japanischen. Der negative Aspekt ist, dass die Prägung nicht ganz so, ja, wie sagt man, die Prägung ist nicht wirklich so präsent wie bei der japanischen. Also die japanischen sind schon ein bisschen eher geprägt, sage ich mal. Die sind ein bisschen besser geprägt. Allerdings sind die japanischen, was ihren holographischen Effekt angeht, nicht so gut. Also die unseren hier, die schillern wesentlich besser. Und sie schillern auch schon unter normalem Weichenlicht. Auch unter dem hier, hier kann man zumindest erkennen, okay, ihr seht hier, das handelt sich um eine Holo. Bei einer japanischen hätte man das zum Beispiel gar nicht gesehen. Also das ist tatsächlich ein Vorteil. Ich persönlich mag dementsprechend auch tatsächlich unsere wesentlich lieber. Also seht ihr das, das wäre bei einer japanischen nicht möglich. In einer japanischen kannst du unter diesen Softboxen nicht kaum von einer Kamen unterscheiden. Also das ist unglaublich. Hier Immortal, Phoenix, Gafrid. Leider Gottes habe ich die ganzen teuren hier Collectors Res nicht in der Sammlung gehabt. Ich habe ein paar, die kommen dann noch in den Neuzugänge folgen. Da ist dann Stardust und so dabei. Aber hier sind tatsächlich eher so die günstigeren Vertreter drin. Die ist gleich zweimal hier drin. Der Chaos Daedalus, der ist glaube ich auch gar nicht so teuer gewesen. Aber spielt ja auch an der Stelle keine Rolle. Ich bin einfach nur froh, ein paar zu haben an der Stelle. Einige fragen sich immer noch, wo das Case bleibt. Ich habe es noch nicht, keine Ahnung. Ich muss mal mit dem Alex reden. Ich habe ihm jetzt ein paar Mal geschrieben. Hat er noch nicht gelesen, also muss man mal gucken. Also sagen wir mal, es ist noch in der Schwebe. Es ist noch in der Schwebe. Ich habe ehrlich gesagt kein besonders gutes Gefühl bei der Sache. Also lassen wir das einfach mal an der Stelle noch auf sich beholen. Ich komme dann auf euch zurück, wenn sich das Ganze geklärt hat und informiere euch dann dementsprechend. Das ist jetzt halt aktuell der Stand. Wie bereits gesagt hier Chaos Daedalus zweimal am Schatissen. Was ich besonders cool finde, ist die hier. Die ist auch zweimal dabei gewesen. Gott sei Dank. Und zwar The Chaos Creator. Das ist tatsächlich einer der Creator, die ich am allerschönsten finde. Wenn nicht gar am schönsten. Also der normalen Schöpfer, genauso wie den finsteren Schöpfer, finde ich nicht so schön wie die hier. Die ist wirklich unglaublich toll mit dieser blau türkisen Farbgebung. Es gefällt mir unglaublich gut. Und dann auch noch in Collectors Rare. Wunderschöne Karte. Also da hat sich Konami wirklich selbst übertroffen. Auch wenn ich kein Fan davon bin, alte Themen immer wieder hochzukeuern und zu supporten. Um halt so ein bisschen den Retrofaktor wieder in den Vordergrund zu rücken. Bin ich wirklich kein Fan davon. Ich möchte lieber, dass Konami Neues macht. Komplett Neues. Das an nichts Altes angelehnt ist. Das aber vom Zeichenstil her so ein bisschen diesen Oldschool-Flair einfängt. Das schafft Konami auch immer wieder mal. Mit neuen Themen wie Ventschrecken zum Beispiel. Und auch anderen Karten. Teilweise Einzelkarten. Da gibt es auch diese Kamni Hundtower. Oder wie die heißt. Hundtower. So eine Mischung aus Centaurus und Hund halt. Aber in der breiten Masse funktioniert das aktuell immer noch nur dann, wenn wirklich ein altes Thema wieder aufgegriffen wird. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch sehr schöne Injection Fairy Lily aus LOD First Edition. Die ist natürlich ein bisschen Off-Center. Das ist bei diesem Set ganz besonders häufig. Es ist sehr, sehr schwierig aus LOD oder auch aus PGD Karten zu finden, die nicht Off-Center sind. Ich habe ja hunderte von denen, wenn nicht gar tausende. Und ich muss sagen, so mindestens 50% davon sind bei mir Off-Center. Und ja, freut mich aber eine weitere Injektionsfee Lillian First begrüßen zu dürfen. Und ja, ist auf jeden Fall eine nice Sache. Ich weiß gar nicht, wie viel die gerade geht. Aber ich glaube, die ist auch relativ teuer geworden. Die ist übrigens bei uns zensiert. Im Japanischen sind die ganzen Herzchen hier rote Kreuze. Also wie bei uns das deutsche Rote Kreuz. Wurde hier zensiert. Ich muss sagen, ich finde die Zensur an der Stelle sogar schöner. Das rundet im wahrsten Sinne des Wortes das Artwork besser ab. Und macht das Ganze noch ein bisschen niedlicher als diese Kreuze. Muss man ganz ehrlich sagen. Wobei ich persönlich Angst vor einer Krankenschwester mit so einer riesen Spritze hätte. Denn ich habe eine Spritzenphobie. Bleib stehen, nur Nutte. So. Dann haben wir den... Habe ich gerade Nutte gesagt? Okay, das war eine... Ja, das darf ich nicht nochmal machen. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier den Invader of Darkness First Edition aus Invasion of Chaos. Wie gesagt, auch wieder First Edition. Freut mich. Auch die Condition natürlich wieder mega nice. Gibt es nichts zu beanstanden. Wobei ich sagen muss, denn Wader of Chaos... Wader of Chaos... Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Also ich finde, das ist ein sehr gelungener Drache. Ein sehr schöner Drache. Auch das Farbspiel wunderbar. Richtig schön oldschool. Richtig böse. So wie es sein muss. Sehr cool an der Stelle. Auch hier ist die Condition natürlich wieder hervorragend. Dann haben wir einen Cyber Dark Dragon. Ich glaube sogar, dass der Ami ist, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ne, das ist nicht Ami. Das ist ein Euro Print. Auf jeden Fall ein englischer Cyber Dark Dragon. Sehr cool. Der ist ja tatsächlich teurer als der deutsche. Zumindest war es das vor 6 Wochen noch der Fall. Nichtsdestotrotz eine wunderschöne Karte. In Ultimate Rare auch sauteuer in First. Ich glaube auch 200 Euro oder so. Mega cool. Habe ich auch ein paar. So ein Ultra habe ich den auch relativ häufig. In Ultimate Rare habe ich ihn in First relativ häufig. Aber in First habe ich ihn tatsächlich nur ein paar Mal. Das ist richtig, richtig schlimm. Da muss ich auch mal was dran ändern. Ich musste auch mal einen abgeben, weil der einen ziemlich heftigen Knick hatte. Leider Gottes. Dann haben wir einen Elementarheld Dark Neos aus Power of the Duelist. First Edition Ultra Rare. Das ist natürlich immer so ein bisschen das, was man sich aus dem Set erhofft. In Ultimate Rare zu ziehen. Der geht natürlich auch. Einiges ist allerdings. Mit einiges meine ich natürlich die Ultimate Rare Version. Die Ultra Rare geht es nicht so viel. Aber die Ultimate Rare Version von dem ist natürlich extrem gesucht. Und war bis vor ein oder zwei Jahren wirklich sportbillig zu haben für unter 10 Euro in First Edition. Und Niermint mittlerweile ein feuchter Traum meines jeden Sammlers. Die Karte in Ultimate Rare First Edition Deutsch und Niermint für diesen günstigen Preis zu kriegen. Ich habe damals Gott sei Dank zugeschlagen, da ich über den Hype, den diese Karten haben Bescheid wusste. Der war ja eigentlich immer irgendwie präsent und mir schon gedacht habe, dass speziell die Fusionen irgendwann hochgehen. Und dementsprechend habe ich von deren Ultimate Rare sowas von sau viele. Da könnte ich wirklich ein Haus bauen im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann haben wir hier die Verlockung der Finsternis in Ultra Rare aus Phantom Darkness. Ultra Rare haben wir jetzt vorhin auch bei den Altis gesehen. Das ist das Gegenstück aus dem Original Set, nämlich die Ultra Rare. Die gab es ja in der Realität dann auch aus Phantom Darkness. Eigentlich immer sehr unscheinbares Artwork, aber auch die geht glaube ich in Ultra Rare ihre 20 Euro oder so. Sehr cool auch Niermint. Freut mich auf jeden Fall. Also so eine Karte nimmt man doch immer gerne mit, würde ich mal behaupten. So, jetzt kommt eine Karte, die ich halt wirklich mega mega nice finde und das ist der Bannkreis, wie viele ihn nennen. Und zwar Spellbinding Circle, faszinierender Kreis. Den haben wir hier zweimal am Start, einmal Deutsch, einmal Englisch. Beide sind sie allerdings First Editions und beide sind sie auch in einem absolut hervorragenden Zustand. Also ich muss sagen, wunderschön. Ich liebe diese Karte, die habe ich natürlich auch unzensiert aus Japan, da ist es so eine Art Hexagramm. Und ich muss sagen, die japanisch unzensierte Version ist wirklich unglaublich langweilig vom Design im Gegensatz zu dieser Zensur. Das ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass Zensuren doch manchmal auch ihr Gutes haben. Kommt hier an der Stelle übrigens auch aus Magic Ruler, also aus dem ganz alten Set, als es noch nicht Spellruler hieß. Sehr cool an der Stelle. Die Deutsche kommt natürlich aus Spellruler, denn ein deutsches Magic Ruler gibt es nicht. Dann haben wir hier einen Dark Armed Dragon in Secret Rare aus Phantom Darkness, leider Gottes nicht First Edition. Aber auch das ist eine sehr ikonische und natürlich auch teure Karte, die in Secret Rare auch wirklich gesucht ist. Die gab es ja dann nochmal in der Legendary Collection Kyber, glaube ich, als Secret Rare Reprint. Aber ich denke mal, die Original macht natürlich dann noch ein bisschen mehr her. Der neue Print ist nicht schlecht von der Qualität. Ich mag ihn auch sehr gerne, aber ich mag die Karte im alten Stile dann doch etwas lieber. Dann haben wir den finsteren Graffer aus Phantom Darkness. Den gab es, glaube ich, auch aus dem Turbo Pack 6 in Ultra Rare oder so. In Secret Rare macht er natürlich mehr her. Gefällt mir auch mega, mega, mega gut, meine ich. Das ist eine mega schöne Karte. Und ihr seht, das sind jetzt so, es ist halt so ein bisschen das schmückende Beiwerk. Das sind halt immer so, okay, so 5, 10, vielleicht mal 20 oder 50 Euro Karten. Da ist jetzt nichts im hunderter Bereich dabei. Dann haben wir hier zweimal das tausendäugige Opfer aus Pharaon oder, ne, doch einmal PSV, genau. Pharaon Servant, genau. Und einmal hier aus Dark Beginning. Sehr cool. Beide auch in einem hervorragenden Zustand. Erweitert meine Sammlung von mittlerweile, ich glaube, 30 Restricts. Allein in Unlimitiert um zwei Stück eben. Und dann haben wir hier die beiden letzten Karten. Nämlich einmal den Harpien Flederwisch in Prismatic Secret aus WC4. Ein alter Bekannter. Ist, glaube ich, nicht so relevant, dass man da großartig was zu sagen müsste. Und aus dem Turbopack 8 den Upstart Goblin Super Rare. Auch mega nice. Und der ist natürlich auch ein bisschen was, wäre das ja klar. Zum einen kommt er aus dem Turbopack, also aus einem recht teuren Sonderset. Und zum anderen ist es eben der Upstart Goblin, der auch heute noch relativ häufig Verwendungen in vielen Decks findet. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Stapel. Hier haben wir jetzt ein paar Jump Karten. Zum einen haben wir hier Yu-Yu Friendship. Das ist eine von drei Karten, auf denen die Hauptcharaktere abgebildet sind. Und ich glaube, das müsste auch die teure gewesen sein. Es gab eine von den drei, die war bei 30 Euro oder so ungefähr. 30, 40 Euro. Ich glaube, das war Yu-Yu Friendship. Die Lieblingskarte von den dreien habe ich leider gerade nicht hier. Die ist auch nicht in der Sammlung dabei gewesen. Und zwar war das Forrest Judgment. Das ist eine Trap Card gewesen, eine Fallenkarte. Die sieht halt einfach unglaublich cool aus mit Yu-Gi und den Hieroglyphen im Hintergrund. Und hier haben wir dann noch ein Playset Unity. Unity ist, glaube ich, die günstigste von denen. Und davon habe ich, glaube ich, auch locker mittlerweile 40, 50 Stück oder so. Aber es ist einfach eine schöne Jumpkarte. Da kann ich einfach nie genug haben. Viele werden sich immer fragen, warum sammelt der so viel? Das hat natürlich auch mit der Ausstellung zu tun. Das richtet sich jetzt natürlich an die neuen Abonnenten. Die Älteren werden das wohl wissen. Denn offensichtlich ist es nicht so ersichtlich, so offensichtlich ersichtlich, mein Deutsch heute wieder, dass mein Kanal eigentlich mit einer Ausstellung zu tun hat. Schaut doch mal auf die Kanalinfo. Da habe ich eine kurze Beschreibung drin, worum es dabei eigentlich geht bei dem Projekt. Da könnt ihr euch ein Bild von machen. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich so extrem sammle und warum ich so viele Kopien von einer Karte auch sammle. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, mittlerweile ist es so, dass ich mich so sehr an diesen Kartenreichtum gewöhnt habe, wenn man das jetzt mal ganz überheblich ausdrücken darf, dass wenn, nehmen wir mal an, das Projekt würde jetzt scheitern. Das ist eine Frage, die mir häufig in meinen Gruppen gestellt wird, oder in meiner WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr übrigens darauf Bock habt, könnt ihr mir gerne über Instagram eure Nummer schicken. Dann füge ich euch hinzu. Wenn das jetzt scheitern würde, ich würde weiter so sammeln. Also ich habe mich das jetzt so angewöhnt, ich könnte damit nicht mehr aufhören. Also das ist leider Gottes eine ziemlich extreme Sucht geworden bei mir. Dann haben wir hier den Red as Darkness Metal Dragon aus der Legendary Collection. Das ist auch eine sehr teure Legendary Collection-Karte. Ich glaube, die geht auch so 30, 40 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Kann mich auch irren, ist ein reiner Schätzwert. Ich habe die Karte schon seit über einem Jahr nicht mehr nachgeguckt. Auch in einer hervorragenden Condition. Und speziell bei diesen Legendary Collection Yugi's World und bei Legendary Collection 2. Speziell bei den beiden empfehle ich immer Ami-Karten zu nehmen. Warum? Weil sie nicht besser aussehen. Das nicht. Das Finish ist wesentlich billiger. Aber sie sind nicht so anfällig für dieses dämliche Silver Ring, das bei unseren europäischen Prints der Fall ist. Wir haben hier, wie ihr seht, Ami. Also hier sind die Secret-Ware-Striche ganz, ganz fein. Das ist so ein Erkennungsmerkmal für amerikanische Secret-Rares, die hier mit am Start sind. Also auch mega cool, wie ihr seht. Sehr, sehr schön. Zweimal der Buster-Blader. Der geht jetzt, glaube ich, nicht so viel. Einmal Türrecht das Begräbnis. Also es sind schon sauschöne Karten dabei. Ich mag ja auch sehr, sehr gerne diese Legendary Collection Reprints. Die finde ich mega nice. Da gibt es auch sehr teure. Speziell aus der Legendary Collection 3. Yuvis World. Da gibt es das Dunkle Magelmädchen, BLS und so weiter und so fort. Dann haben wir den Schicksals halt Malicious. Auch zweimal aus dem Reihe Yellow Megapack. Das war mal eine der teuersten Karten aus dem Set, glaube ich. Mit dem Big Eye. Oder Big Eye war doch da, glaube ich, auch mit bei, oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch mittlerweile, glaube ich, wieder eine 10 Euro Karte. Wer mich nicht alles täuscht. Auch der zweite Malicious ist in einer hervorragenden Condition. Ja, eigentlich muss man sich das gar nicht nochmal anschauen. Aber ich bin halt einfach so frei. Mach das mal. Hier auch sehr cool. Zweimal Ruin Queen oder Königin des Vergessens. Die sind jetzt nicht aus Shadows of Infinity. Die gibt es ja auch in Super Rare. Aus Shadows of Infinity. Die ist aus Dark Revelation 4. Also eine wesentlich seltenere Variante der Karte. Und dementsprechend auch wesentlich teurer. Ich glaube, die gibt auch so 15 Euro oder so das Stück. Dark Revelation 4 ist ja ein Set, das bei uns nicht rausgekommen ist. Das gab es tatsächlich nur in Amerika. Oder zumindest auf englischer Sprache. Bei uns war das letzte, das rauskam, Dark Revelation 3. Und das hat ja nicht mehr so wirklich gerockt. Und die bekanntesten sind ja sowieso nur die Einser und die Zwei. Dann haben wir Uria, Herr der Reisenden Flammen. Auch sehr schön aus Shadows of Infinity. Leider nicht First. Aber tatsächlich in einem hervorragenden Zustand. Ja, auch mega cool. Das sind einfach so schöne Karten. Also die heiligen Ungeheuer, die finde ich fast noch besser als die richtigen Götter. Die finde ich einfach so schön designt. Und dann haben wir hier als letzte Karte des zweiten Stapels den perfekten Maschinenkönig. Den normalen Maschinenkönig kennt man ja. EM1 ist das Kürzel. Der kommt aus dieser Build Edition. Da war der immer als Promo beigelegen. So, last but not least, der letzte Stapel des Ganzen. Da haben wir hier einmal einen Cosmo Dunkelzerstörer aus der Mansion of Chaos. Das war vor einer Weile mal, abgesehen von der Ghost Rare, so eine der Money-Karten aus dem Set. Die ging glaube ich 40, 50 Euro. Das ist jetzt eine Unlimitierte. Die kommt also vermutlich aus einer Special Edition. Ja, mit Cosmo bin ich immer so halb auf Kriegsfuß, sag ich mal. Die Raumschiffe an sich mag ich nicht wirklich. Das sind für mich keine richtigen Monster. Was ich eher mag, sind halt so die Hexe oder die Guthexe oder die hier das Cosmo-Bauermädchen. Sowas finde ich halt cool. Aber diese ganzen Raumschiffe, die sind wirklich nichts für mich. Also finde ich jetzt zum Beispiel auch nicht schön den Dunkelzerstörer. Also jetzt nicht wirklich hässlich, aber halt auch nicht wirklich schön. Das ist halt, ja ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir die Hohe Priesterin der Prophezeiung. Und die haben wir hier, glaube ich, viermal bedauerlicherweise alle unlimitiert. Aber ich glaube, die war tatsächlich auch ein Ticken was wert. Auch unlimitiert müsste die, glaube ich, keine Ahnung, 20 Euro oder so wert gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte mit einer der schönsten Prophezeiungskarten überhaupt. Und ihr seht also hier die Condition, die Oberfläche ist halt auch wirklich super nice. Das sind wirklich alles Karten, wenn man die zu PSA schicken würde, da würde wahrscheinlich ein relativ großer Teil mit 9 oder 10 wiederkommen. Zwar nicht alles, aber wirklich doch ein relativ immenser Teil, wie ich finde. Also wirklich sehr, sehr schöne Karten. So, dann haben wir das Küchen Drachenmädchen. Ich glaube, das war auch eine der etwas teureren Karten aus dem Set, hier aus Mystic Fighters. Ich muss sagen, die Drachenmädchen mochte ich am Anfang selber nicht. Ich mochte halt nur den einen oder anderen Drachen an sich. Also Schuha finde ich halt mega cool oder Suha, wie ausgesprochen wird. Und die sind grünen, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Die Mädels an sich mochte ich am Anfang nicht, muss mich aber korrigieren. Ich finde sie tatsächlich mittlerweile richtig, richtig cool. Das sind immer wieder weibliche Monster, die nicht aussehen wie irgendeine Lolita, die sich nach dem Cosplay im Wald verlaufen hat. Sondern das sieht man halt, okay, das ist wirklich ein Monster. Das ist kein wirklich menschliches Wesen. Da hinten kommt ein riesen Drachenschwanz raus und so. Das finde ich halt wirklich mega cool. Sehr, sehr schöne Karte, kann man gar nichts gegen sagen. So, dann haben wir hier einen alten Bekannten. Den haben wir ja vorhin schon gesehen bei den Ghost Rears, nämlich den Sternenfresser. Allerdings hier aus dem Megapack 2014. Ist natürlich nicht besonders viel wert. Die Secret Rear ist mittlerweile recht günstig geworden, speziell eben aus dem Megapack auch. Sehr cool auf jeden Fall. Sternenfresser und Secret Rear macht auch einiges her. Optisch gesehen aber keine Konkurrenz zu seinem Ultimate und Ghost Rear Bruder, wenn man so möchte. Dann haben wir zweimal Artifact Sanctum. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel die aktuell geht. Das ist übrigens ein Army Print, das sieht man direkt am Finish. Aber die ging mal 20, 25 Euro vor drei, vier Monaten ungefähr. Sehr cool auf jeden Fall. Ist auch eine schöne Fallenkarte. Ist auch wirklich eine schöne Fallenkarte. Es gibt wesentlich Schlimmeres. Die kommt aus Primal Origin, genau. Ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber auch hervorragende Condition. Dann haben wir was aus Dual Overlord. Nämlich Raubpflanze Werte Anaconda. Ja, was soll man dazu sagen? Ist noch recht modern. Haben wir hier ein Playset. Geht glaube ich 21 Euro. Haben wir hier halt auch wieder 60 Euro. Also das ist an und für sich nichts Großartiges. Auch der Wert der Karte wird meiner Meinung nach in nächster Zeit erstmal wieder fallen. Spätestens wenn ein Reprint der Karte kommt. Noch gibt es ja keinen. Aber früher oder später wird das auch kommen. Da sparen wir uns jetzt einfach mal den Zustand anzugucken. Die legen wir mal weg. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein paar. Nummer 10. 107 Neo-Galaxy Augen-Tachionendrache. Aus dem Megapack 2015. Und ich glaube ein paar müssten aber auch aus dem Originalset sein. Oder sind die alle aus dem Megapack? Ne, die sind alle aus dem Megapack. Genau. Die gibt es auch in Ultimate Rare. Aus ihrem Originalset. Ich weiß gar nicht woher die kamen. War es vielleicht Galactic Overlord? Keine Ahnung. Aber das ist auch eine sehr schöne Karte. Die mir tatsächlich von der Farbgebung her auch extrem gut gefällt. Wenn man sich jetzt hier mal die eine anschaut. Also sehr schön. Ist halt auch ein Army Print. Soweit ich das beurteilen kann. Sehr cool. Die Ultimate Rare geht glaube ich auch ein bisschen was. Die Super Rare ist glaube ich nicht wirklich teuer. Und wir sind jetzt auch am Ende des Ganzen. Am Ende unserer kleinen Reise. Durch diese richtig richtig teure Sammlung. Ich konnte euch leider nicht alles zeigen. Wie gesagt vieles an OVP Material habe ich halt schon aufgemacht. Und auch einige Karten sind zu besonders um sie diesem Video zu zeigen. Und ich möchte sie gerne für die Ausstellung aufbewahren. Da sind auch noch mal einige einige Euros im mehrstelligen Bereich sag ich mal. Die hier nicht zu sehen sind. Aber ich hoffe ihr hattet trotzdem euren Spaß. Und da ist ja noch eine Verlosung offen. Nicht wahr? Ich räume das mal kurz zusammen. Und dann sprechen wir darüber wie das mit der Verlosung abläuft. Ja meine Freunde. Zwei Stunden sind ins Land gezogen. Das ist wohl das längste Video gewesen das es bisher auf meinem Channel gegeben hat. Vielen vielen Dank und vor allen Dingen großen Respekt an die Leute die das wirklich auch komplett durchgeguckt haben. Ich kann mir ja vorstellen dass das die wenigsten sein werden. Jetzt gibt es ja noch eine Verlosung wie ihr hier sehen könnt. Es gibt drei Booster Tournament Pack 1 auf Spanisch. Ihr seht hier jetzt nur zwei weil drei nicht drauf gepasst haben ohne dass es dämlich ausgesehen hätte. Und jetzt kommen wir dazu wie das ganze funktioniert. Bei der letzten Verlosung falls ihr euch erinnern könnt. Musstet ihr mir eure Geschichte bezüglich Yu-Gi-Oh erzählen wenn ich mich noch recht entsinne. Da gab es ziemlich viele ausführliche Kommentare. Ich glaube über 100 Kommentare das ist ein absoluter Rekord gewesen. Auch hier versuche ich die Interaktion unter euch möglichst hoch zu halten. Und dementsprechend möchte ich heute von euch folgendes wissen. Zum einen was denkt ihr so über die allgemeine Yu-Gi Tube Szene innerhalb Deutschlands. Denkt ihr dass die qualitativ mittlerweile mit der amerikanischen Szene konkurrieren kann. Es gibt da ja ganz große wie Simplian Lucky die ja was zumindest die technische Qualität angeht sehr sehr weit vorne sind. Oder auch so Sachen wie Alpha Investments der ja nicht nur was mit Yu-Gi-Oh zu tun hat aber halt auch. Und so weiter und so fort. Und ganz wichtig welche Yu-Gi-Tuber zählen denn eurer Meinung nach zu den besten innerhalb des deutschsprachigen Bereichs. Eine Sache ist mir hier allerdings ganz 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 wichtig. Ich möchte meinen Namen hier nicht lesen. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran weil mir das irgendwie mal ein bisschen komisch vorkommt. Und zum anderen weil ich nicht möchte wenn es zum Beispiel jemand der zum Beispiel sagt keine Ahnung. Ja bla bla du bist der beste und so weiter. Gibt es ja immer relativ viele wenn der dann gewinnt heißt. Aha der hat sich Honig ums Maul schmieren lassen. Und deswegen hat er den jetzt gewinnen lassen. Wisst ihr wie das läuft. Will ich nicht hören. Also blendet mich mal aus. Ich weiß es gibt viele die mögen mich ganz gerne. Ist mir alles bewusst. Aber mich gibt es in dem Fall nicht. Also bitte andere Yu-Gi-Tuber. Vielleicht erfahre ich so auch was von Yu-Gi-Tuber die ich noch nicht kenne. Ich persönlich suche ja immer sehr kleine Yu-Gi-Tuber weil mir die in der Regel am besten gefallen. Die sind zwar qualitativ nicht so hochwertig machen. Aber tatsächlich eher den Content der mir gefällt. Nämlich zeig mal ihre Sammlung oder so. Also wie gesagt schreibt mir das in die Kommentare. Und eure Meinung zur deutschen Yu-Gi-Tube Szene. Und ob sie mit der amerikanischen mittlerweile qualitativ konkurrieren kann. Die Auflösung des Ganzen gibt es erst in vier Wochen tatsächlich nicht. Wie beim letzten Mal in zwei Wochen. Weil ich möchte dass wirklich möglichst viele Leute hier die Möglichkeit haben mitmachen zu können. Und ja in dem Video wo dann halt das Ganze aufgelöst wird. Da werde ich dann auch meine Sicht der Dinge nochmal erläutern. So das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Restabend. Wir sehen uns zu einem weiteren Video oder zu einer weiteren Folge Mega Opening. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.